florentinische nächte erste nacht im vorzimmer fand maximilian den arzt wie er eben seine schwarzen handschuhe anzog ich bin sehr pressiert rief ihm dieser hastig entgegen signora maria hat den ganzen tag nicht geschlafen und nur in diesem augenblick ist sie ein wenig eingeschlummert ich brauche ihnen nicht zu empfehlen sie durch kein geräusch zu wecken und wenn sie erwacht darf sie beileibe nicht reden sie muß ruhig liegen darf sich nicht rühren nicht im mindesten bewegen darf nicht reden und nur geistige bewegung ist ihr heilsam bitte erzählen sie ihr wieder allerlei närrische geschichten so daß sie ruhig zuhören muß seien sie unbesorgt doktor erwiderte maximilian mit einem wehmütigen lächeln ich habe mich schon ganz zum schwätzer ausgebildet und lasse sie nicht zu worte kommen und ich will ihr schon genug fantastisches zeug erzählen so viel sie nur begehren aber wie lange wird sie noch leben können ich bin sehr pressiert antwortete der arzt und entwischte die schwarze deborah feinörig wie sie ist hatte schon am dritten den ankommenden erkannt und öffnete ihm leise die tür auf seinen wink verließ sie ebenso leise das gemach und maximilian befand sich allein bei seiner freundin nur dämmernd war das zimmer von einer einzigen lampe erhellt diese warf dann und wann halb furchtsame halb neugierige lichter über das antlitz der kranken frau welche ganz angekleidet in weißem musselin auf einem grünseidenen sofa hingestreckt lag und ruhig schlief schweigend mit verschränkten armen stand maximilian einige zeit vor der schlafenden und betrachtete die schönen glieder die das leichte gewand mehr offenbarte als verhüllte und jedes mal wenn die lampe einen lichtstreif über das blasse antlitz warf erbebte sein herz um gott sprach er leise vor sich hin was ist das welche erinnerung wird in mir wach ja jetzt weiß ich's dieses weiße bild auf dem grünen grund ja jetzt in diesem augenblick erwachte die kranke und wie aus der tiefe eines traumes hervorschauend blickten auf den freund die sanften dunkelblauen augen fragend bittend an was haben sie gedacht maximilian sprach sie mit jener schauerlich weichen stimme wie sie bei lungenkranken gefunden wird und worin wir zugleich das lallen eines kindes das zwitschern eines vogels und das geröchel eines sterbenden zu vernehmen glauben an was haben sie gedacht maximilian wiederholte sie nochmals und erhob sich so hastig in die höhe daß die langen locken wie aufgeschreckte goldschlangen ihr haupt umringelten um gott rief maximilian indem er sie sanft wieder aufs sofa niederdrückte bleiben sie ruhig liegen sprechen sie nicht ich will ihnen alles sagen alles was ich denke was ich empfinde ja was ich nicht einmal selber weiß in der tat fuhr er fort ich weiß nicht genau was ich eben dachte und fühlte bilder aus der kindheit zogen mir dämmernd durch den sinn ich dachte an das schloß meiner mutter an den wüsten garten dort an die schöne marmorstatue die im grünen grase lag ich habe das schloß meiner mutter gesagt aber ich bitte sie beileibe denken sie sich darunter nichts prächtiges und herrliches an diese benennung habe ich mich nun einmal gewöhnt mein vater legte immer einen ganz besonderen ausdruck auf die worte das schloß und er lächelte dabei immer so eigentümlich die bedeutung dieses lächelns begriff ich erst später als ich ein etwa zwölfjähriges bübchen mit meiner mutter nach dem schloss erreiste es war meine erste reise wir fuhren den ganzen tag durch einen dicken wald dessen dunkle schauer mir immer unvergeßlich bleiben und erst gegen abend hielten wir still vor einer langen querstange die uns von einer großen wiese trennte wir mußten fast eine halbe stunde warten ehe aus der nahegelegenen lehmhütte der junge kam der die sperre wegschob und uns einließ ich sage der junge weil die alte marte ihren vierzigjährigen neffen noch immer den jungen nannte dieser hatte um die gnädige herrschaft würdig zu empfangen das alte livrekleid seines verstorbenen oheims angezogen und da er es vorher ein bisschen ausstäuben mußte ließ er und so lange warten hätte man ihm zeit gelassen würde er auch strümpfe angezogen haben die langen nackten roten beine stachen aber nicht sehr ab von dem grellen scharlachrock ob er darunter eine hose trug weiß ich nicht mehr unser bedienter der johann der ebenfalls die benennung schloß oft vernommen machte ein sehr verwundertes gesicht als der junge uns zu dem kleinen gebrochenen gebäude führte wo der selige herr gewohnt er ward aber schier bestürzt als meine mutter ihm befahl die betten hineinzubringen wie konnte er ahnten daß auf dem schloß keine betten befindlich und die order meiner mutter daß er die bettung für uns mitnehmen solle hatte er entweder ganz überhört oder als überflüssige mühe unbeachtet gelassen das kleine haus das nur eine etage hoch in seinen besten zeiten höchstens fünf bewohnbare zimmer enthalten war ein kummervolles bild der vergänglichkeit zerschlagene möbel zerfetzte tapeten keine einzige fensterscheibe ganz verschont hie und da der fußboden aufgerissen überall die häßlichen spuren der übermütigsten soldatenwirtschaft die einquartierung hat sich immer bei uns amüsiert sagte der junge mit einem blödsinnigen lächeln die mutter aber winkte daß wir sie allein lassen möchten und während der junge mit johann sich beschäftigte ging ich den garten besehen dieser bot ebenfalls den trostlosesten anblick der zerstörnis die großen bäume waren zum teil verstümmelt zum teil niedergebrochen und tönische wucherpflanzen erhoben sich über die gefallenen stämme hie und da an den aufgeschossenen taxusbüschen konnte man die ehemaligen wege erkennen hie und da standen auch statuen denen meist die köpfe wenigstens die nasen fehlten ich erinnere mich einer diana deren untere hälfte von dunklem efeu aufs lächerlichste umwachsen war so wie ich mich auch einer göttin des überflusses erinnere aus deren füllhorn lauter misst duftendes unkraut hervorblühte nur eine statue war gott weiß wie von der bosheit der menschen und der zeit verschont geblieben von ihrem postament freilich hatte man sie herabgestürzt ins hohe gras aber da lag sie unverstümmelt die marmorne göttin mit den rein schönen gesichtszügen und mit dem straff geteilten edlen busen der wie eine griechische offenbarung aus dem hohen grase hervor glänzte ich erschrak fast als ich sie sah dieses bild flößte mir eine sonderbar schwüle scheu ein und eine geheime blödigkeit ließ mich nicht lange bei seinem holden anblick verweilen als ich wieder zu meiner mutter kam stand sie am fenster verloren in gedanken das haupt gestützt auf ihren rechten arm und die tränen flossen ihr unaufhörlich über die wangen so hatte ich sie noch nie weinen sehen sie umarmte mich mit hastiger zärtlichkeit und bat mich um verzeihung daß ich durch johanns nachlässigkeit kein ordentliches bett bekommen werde die alte marte sagte sie ist schwer krank und kann dir liebes kind ihr bett nicht abtreten johann soll dir aber die kissen aus dem wagen so zurecht legen daß du darauf schlafen kannst und er mag dir auch seinen mantel zur decke geben ich selber schlafe hier auf stroh es ist das schlafzimmer meines seligen vaters es sah sonst hier viel besser aus laß mich allein und die tränen schossen ihr noch heftiger aus den augen war es nun das ungewohnte lager oder das aufgeregte herz es ließ mich nicht schlafen der mondschein drang so unmittelbar durch die gebrochenen fensterscheiben und es war mir als wolle er mich hinauslocken in die helle sommernacht ich mochte mich rechts oder links wenden auf meinem lager ich mochte die augen schließen oder wieder ungeduldig öffnen immer mußte ich an die schöne marmorstatue denken die ich im grase liegen sehen ich konnte mir die blödigkeit nicht erklären die mich bei ihrem anblick erfasst hatte ich ward verdrießlich ob dieses kindischen gefühls und morgen sagte ich leise zu mir selber morgen küsse ich dich du schönes marmorgesicht wir küssen dich eben auf den schönen mundwinkel wo die lippen in ein so holzseliges grübchen zusammenschmelzen eine ungeduld wie ich sie noch nie gefühlt rieselte dabei durch alle meine glieder ich konnte dem wunderbaren drange nicht länger gebieten und endlich stand ich auf mit kecke mute und sprach was gilt's ich küsse dich noch heute du liebes bildnis leise damit die mutter meine dritte nicht hörte verließ ich das haus was um so leichter da das portal zwar noch mit einem großen wappenschild aber mit keinen türen mehr versehen war und hastig arbeitete ich mich durch das laubwerk des wüstengartens auch kein laut regte sich und alles ruhte stumm und ernst im stillen mondschein die schatten der bäume waren wie angenagelt auf der erde im grünen grase lag die schöne göttin ebenfalls regungslos aber kein steinerner tod sondern nur ein stiller schlaf schien ihre lieblichen glieder gefesselt zu halten und als ich ihr nahte fürchtete ich schier daß ich sie durch das geringste geräusch aus ihrem schlummer erwecken könnte ich hielt den atem zurück als ich mich über sie hinbeugte um die schönen gesichtszüge zu betrachten eine schauerliche beängstigung stieß mich von ihr ab eine knabenhafte lüsternheit zog mich wieder zu ihr hin mein herz pochte als wollte ich eine mordtat begehen und endlich küßte ich die schöne göttin mit einer inbrunst mit einer zärtlichkeit mit einer verzweiflung wie ich nie mehr geküsst habe in diesem leben auch nie habe ich diese grauenhaft süße empfindung vergessen können die meine seele durchflutete als die beseligende kälte jener marmorlippen meinen mund berührte und sehen sie maria als ich eben vor ihnen stand und ich sie in ihrem weißen musselinkleide auf dem grünen sofa liegen sah da mahnte mich ihr anblick an das weiße marmorbild im grünen grase hätten sie länger geschlafen meine lippen würden nicht widerstanden haben max max schrie das weib aus der tiefe ihrer seele entsetzlich sie wissen daß ein kuss von ihrem munde oh schweigen sie nur ich weiß das wäre für sie etwas entsetzliches sehen sie mich nur nicht so flehend an ich missdeute nicht ihre empfindungen obgleich die letzten gründe derselben mir verborgen bleiben ich habe nie meinen mund auf ihre lippen drücken dürfen aber maria ließ ihn nicht ausreden sie hatte seine hand gefaßt bedeckte diese hand mit den heftigsten küssen und sagte dann lächelnd bitte bitte erzählen sie mir doch noch mehr von ihren liebschaften wie lange liebten sie die marmorne schöne die sie im schlossgarten ihrer mutter geküsst wir reißen den anderen tag ab antwortete maximilian und ich habe das holde bildnis nie wieder gesehen aber fast vier jahre beschäftigte es mein herz eine wunderbare leidenschaft für marmorne statuen hat sich seitdem in meiner seele entwickelt und noch diesen morgen empfand ich ihre hinreißende gewalt ich kam aus der laurentziana der bibliothek der medizea und geriet ich weiß nicht mehr wie in die kapelle wo jenes prachtvollste geschlecht italiens sich eine schlafstelle von edelsteinen gebaut hat und ruhig schlummert eine ganze stunde blieb ich dort versunken in dem anblick eines marmornen frauenbildes dessen gewaltiger leibesbau von der kühnen kraft des michelangelo zeugt während doch die ganze gestalt von einer ätherischen süßigkeit umflossen ist die man bei jenem meister eben nicht zu suchen pflegt in diesen marmor ist das ganze traumreich gebannt mit allen seinen stillen seligkeiten eine zärtliche ruhe wohnt in diesen schönen gliedern ein besänftigendes mondlicht scheint durch ihre adern zu rinnen es ist die nacht des michelangelo buonarroti o wie gerne möchte ich schlafen des ewigen schlafes in den armen dieser nacht gemalte frauenbilder fuhr maximilian fort nach einer pause haben mich immer minder heftig interessiert als statuen nur einmal war ich in ein gemälde verliebt es war eine wunderschöne madonna die ich in einer kirche zu köln am rhein kennen lernte ich wurde damals ein sehr eifriger kirchgänger und mein gemüt versenkte sich in die mystik des katholizismus ich hätte damals gerne wie ein spanischer ritter alle tage auf leben und tod gekämpft für die immakulierte empfängnis marie der königin der engel der schönsten dame des himmels und der erde für die ganze heilige familie interessierte ich mich damals und ganz besonders freundlich zog ich jedes mal den hut ab wenn ich einem bilde des heiligen josephs vorbeikam dieser zustand dauerte jedoch nicht lange und fast ohne umstände verließ ich die mutter gottes als ich in einer antiken galerie mit einer griechischen nymphe bekannt wurde die mich lange zeit in ihren marmorfesseln gefangen hielt und sie liebten immer nur gemeißelte oder gemalte frauen kicherte maria nein ich habe auch tote frauen geliebt antwortete maximilian über dessen gesicht sich wieder ein großer ernst verbreitete er bemerkte nicht daß bei diesen worten maria erschreckend zusammen fuhr und ruhig sprach er weiter ja es ist höchst sonderbar daß ich mich einst in ein mädchen verliebte nachdem sie schon seit sieben jahren gestorben war als ich die kleine veri kennen lernte gefiel sie mir ganz außerordentlich gut drei tage lang beschäftigte ich mich mit dieser jungen person und fand das höchste ergötzen an allem was sie tat und sprach an allen äußerungen ihres reizend wunderlichen wesens jedoch ohne daß mein gemüt dabei in überzärtliche bewegung geriet auch wurde ich einige monate darauf nicht allzu tief ergriffen als ich die nachricht empfing daß sie infolge eines nervenfiebers plötzlich gestorben sei ich vergaß sie ganz gründlich und ich bin überzeugt daß ich jahrelang auch nicht ein einziges mal an sie gedacht habe ganze sieben jahre waren seitdem verstrichen und ich befand mich in potsdam um in ungestörter einsamkeit den schönen sommer zu genießen ich kam dort mit keinem einzigen menschen in berührung und mein ganzer umgang beschränkte sich auf die statuen die sich im garten von sanssouci befinden da geschah es eines tages daß mir gesichtszüge und eine seltsam liebenswürdige art des sprechens und bewegens ins gedächtnis traten ohne daß ich mich dessen entsinnen konnte welcher person der gleichen angehörten nichts ist quälender als solches herumstöbern in alten erinnerungen und ich war deshalb wie freudig überrascht als ich nach einigen tagen mich auf einmal der kleinen veri erinnerte und jetzt merkte daß es ihr liebes vergessenes bild war das mir so beunruhigend vorgeschwebt hatte ja ich freute mich dieser entdeckung wie einer der seinen intimsten freund ganz unerwartet wiedergefunden die verblichenen farben belebten sich allmählich und endlich stand die süße kleine person wieder leibhaftig vor mir lächelnd schmollend witzig und schöner als jemals von nun an wollte mich dieses holde bild nimmermehr verlassen es füllte meine ganze seele wo ich ging und stand stand und ging es an meiner seite sprach mit mir lachte mit mir jedoch harmlos und ohne große zärtlichkeit ich aber wurde täglich mehr und mehr bezaubert von diesem bilde das täglich mehr und mehr realität für mich gewann es ist leicht geister zu beschwören doch es ist schwer sie wieder zurückzuschicken in ihr dunkles nichts sie sehen uns so flehend an unser eigenes herz leiht ihnen so mächtige fürbitte ich konnte mich nicht mehr losreißen und ich verliebte mich in die kleine veri nachdem sie schon seit sieben jahren verstorben so lebte ich sechs monate in potsdam ganz versunken in dieser liebe ich hütete mich noch sorgfältiger als vorher vor jeder berührung mit der außenwelt und wenn irgendjemand auf der straße etwas nah an mir vorbeistreifte empfand ich die missbehaglichste beklemmung ich hickte vor allen begebnissen eine tiefe scheu wie solche vielleicht die nachtwandelnden geister der toten empfinden denn diese wie man sagt wenn sie einem lebenden menschen begegnen erschrecken sie ebenso sehr wie der lebende erschrickt wenn er einem gespenst begegnet zufällig kam damals ein reisender durch potsdam dem ich nicht ausweichen konnte nämlich mein bruder bei seinem anblick und bei seinen erzählungen von den letzten vorfällen der tagesgeschichte erwachte ich wie aus einem tiefen traum und zusammenschreckend fühlte ich plötzlich in welcher grauenhaften einsamkeit ich so lange für mich hingelebt ich hatte in diesem zustande nicht einmal den wechsel der jahreszeiten bemerkt und mit verwunderung betrachtete ich jetzt die bäume die längst entblättert mit herbstlichem reife bedeckt standen ich verließ als dann potsdam und die kleine veri und in einer anderen stadt wo mich wichtige geschäfte erwarteten wurde ich durch sehr eckige verhältnisse und beziehungen sehr bald wieder in die rohe wirklichkeit hinein gequält lieber himmel fuhr maximilian fort indem ein schmerzliches lächeln um seine oberlippe zuckte lieber himmel die lebendigen weiber mit denen ich damals in unabweisliche berührung kam wie haben sie mich gequält zärtlich gequält mit ihrem schmollen eifersüchteln und beständigen in atem halten auf wie vielen bellen mußte ich mit ihnen herumtraben in wie viele klatschereien mußte ich mich mischen welche rastlose eitelkeit welche freude an der lüge welche küssende verräterei welche giftigen blumen jene damen mußten mir alle lust und liebe verleiden und ich wurde auf einige zeit ein weiberfeind der das ganze geschlecht verdammte es ging mir fast wie dem französischen offizier der im russischen feldzuge sich nur mit mühe aus den eisgruben der beresiner gerettet hatte aber seitdem gegen alles gefrorene eine solche antipathie bekommt daß er jetzt sogar die süßesten und angenehmsten eissorten von tortoni mit abscheu von sich wies ja die erinnerung an die beresiner der liebe die ich damals passierte verleidete mir einige zeit sogar die köstlichsten damen frauen wie engel mädchen wie vanillesorbet ich bitte sie rief maria schmähen sie nicht die weiber das sind abgedroschene redensarten der männer am ende um glücklich zu sein bedürft ihr dennoch der weiber oh seufzte maximilian das ist freilich wahr aber die weiber haben leider nur eine einzige art wie sie uns glücklich machen können während sie uns auf dreißigtausend arten unglücklich zu machen wissen teurer freund erwiderte maria indem sie ein leises lächeln verbiß ich spreche von dem einklang zweier gleichgestimmten seelen haben sie dieses glück nie empfunden aber ich sehe eine ungewöhnliche röte über ihre wangen ziehen sprechen sie max es ist wahr maria ich fühle mich fast knabenhaft befangen wenn ich ihnen die glückliche liebe gestehen soll die mich einst unendlich beseeligt hat diese erinnerung ist mir noch nicht verloren und in ihren kühlen schatten flüchtet sich noch oft meine seele wenn der brennende staub und die tageshitze des lebens unerträglich wird ich bin aber nicht imstande ihnen von dieser geliebten einen richtigen begriff zu geben sie war so ätherische natur dass sie sich mir nur im traume offenbaren konnte ich denke maria sie hegen kein banales vorurteil gegen träume diese nächtlichen erscheinungen haben wahrlich ebensoviel realität wie jene rohrengebilde des tages die wir mit händen antasten können und woran wir uns nicht selten beschmutzen ja es war im traume wo ich sie sah jenes holde wesen das mich am meisten auf dieser welt beglückt hat über ihre äußerlichkeit weiß ich wenig zu sagen ich bin nicht imstande die form ihrer gesichtszüge ganz genau anzugeben es war ein gesicht das ich nie vorher gesehen und das ich nachher nie wieder im leben erblickte soviel erinnere ich mich es war nicht weiß und rosig sondern ganz einfarbig ein sanft angerötetes blassgelb und durchsichtig wie kristall die reize dieses gesichtes bestanden weder im strengen schönheitsmaß noch in der interessanten beweglichkeit sein charakter bestand vielmehr in einer bezaubernden entzückenden fast erschreckenden wahrhaftigkeit es war ein gesicht voll bewußter liebe und graziöser güte es war mehr eine seele als ein gesicht und deshalb habe ich die äußere form mir nie ganz vergegenwärtigen können die augen waren sanft wie blumen die lippen etwas bleich aber anmutig gewölbt sie trug ein seidenes peignoir von kornblauer farbe aber hierin bestand auch ihre ganze bekleidung hals und füße waren nackt und durch das weiche dünne gewand lauschte manchmal wie verstohlen die schlanke zartheit der glieder die worte die wir miteinander gesprochen kann ich mir ebenfalls nicht mehr verdeutlichen soviel ich weiß haben wir uns verlobt und daß wir heiter und glücklich offenherzig und traulich wie bräutgam und braut ja fast wie bruder und schwester miteinander kosten manchmal aber sprachen wir gar nicht mehr und sahen uns einander an aug in auge und in diesem beseligenden anschauen verharrten wir ganze ewigkeiten wodurch ich erwacht bin kann ich ebenfalls nicht sagen aber ich schwelgte noch lange zeit in dem nachgefühle dieses liebesglücks ich war lange wie getränkt von unerhörten wonnen die schmachtende tiefe meines herzens war wie gefüllt mit seligkeit eine mir unbekannte freude schien über alle meine empfindungen ausgegossen und ich blieb froh und heiter obgleich ich die geliebte in meinen träumen niemals wieder sah aber hatte ich nicht in ihrem anblick ganze ewigkeiten genossen auch kannte sie mich zu gut um nicht zu wissen daß ich keine wiederholungen liebe wahrhaftig rief maria sie sind ein oma bonne fortune aber sagen sie mir war mademoiselle laurence eine marmorstatue oder ein gemälde eine tote oder ein traum vielleicht all dieses zusammen antwortete maximilian sehr ernsthaft ich konnte mirs vorstellen teurer freund daß diese geliebte von sehr zweifelhaftem fleische sein mußte und wann werden sie mir diese geschichte erzählen morgen sie ist lang und ich bin heute müde ich komme aus der oper und habe zu viel musik in den ohren sie gehen jetzt oft in die oper und ich glaube max sie gehen dorthin mehr um zu sehen als um zu hören sie irren sich nicht maria ich gehe wirklich in die oper um die gesichter der schönen italienerinnen zu betrachten freilich sie sind schon außerhalb dem theater schön genug und ein geschichtsforscher könnte an der idealität ihrer züge sehr leicht den einfluss der bildenden künste auf die leiblichkeit des italienischen volkes nachweisen die natur hat hier den künstlern das kapital zurückgenommen daß sie ihnen einst geliehen und siehe es hat sich aufs entzückendste verzinst die natur welche einst den künstlern ihre modelle lieferte sie kopiert heute ihrerseits die meisterwerke die dadurch entstanden der sinn für das schöne hat das ganze volk durchdrungen und wie einst das fleisch auf den geist so wirkt jetzt der geist auf das fleisch und nicht fruchtlos ist die andacht vor jenen schönen madonnen den lieblichen altarbildern die sich dem gemüter des bräutigams einprägen während die braut einen schönen heiligen im brünstigen sinn trägt durch solche wahlverwandtschaft ist hier ein menschengeschlecht entstanden das noch schöner ist als der holde boden worauf es blüht und der sonnige himmel der es wie ein goldener rahmen umstrahlt die männer interessieren mich nie viel wenn sie nicht entweder gemalt oder gemeißelt sind und ihnen maria überlasse ich allen möglichen enthusiasmus in betreff jener schönen geschmeidigen italiener die so wildschwarze backenbärte und so kühnedle nasen und so sanft kluge augen haben man sagt die lombarden seien die schönsten männer ich habe nie darüber untersuchungen angestellt nur über die lombardinnen habe ich ernsthaft nachgedacht und diese das habe ich wohl gemerkt sind wirklich so schön wie der ruhm meldet aber auch schon im mittelalter müssen sie ziemlich schön gewesen sein sagt man doch von franz dem ersten daß das gerücht von der schönheit der mailänderinnen ein heimlicher antrieb gewesen der ihn zu seinem italienischen feldzoge bewogen habe der ritterliche könig war gewiß neugierig ob seine geistlichen mümchen die sippschaft seines taufpaten so hübsch seien wie er rümen hörte armer schelm zu pavia mußte er diese neugier sehr teuer büßen aber wie schön sind sie erst diese italienerinnen wenn die musik ihre gesichter beleuchtet ich sage beleuchtet denn die wirkung der musik die ich in der oper auf den gesichtern der schönen frauen bemerke gleicht ganz jenen licht und schatten effekten die uns in erstaunen setzen wenn wir statuen in der nacht bei fackelschein betrachten diese marmor bilder offenbaren uns dann mit erschreckender wahrheit ihren innewohnenden geist und ihre schauerlichen stummen geheimnisse in derselben weise gibt sich uns auch das ganze leben der schönen italienerinnen kund wenn wir sie in der oper sehen die wechselnden melodien wecken als dann in ihrer seele eine reihe von gefühlen erinnerungen wünschen und ärgernissen die sich alle augenblicklich in den bewegungen ihrer züge in ihrem erröten in ihrem erbleichen und gar in ihren augen aussprechen wer zu lesen versteht kann als dann auf ihren schönen gesichtern sehr viel süße und interessante dinge lesen geschichten die so merkwürdig wie die novellen des bocaccio gefühle die so zart wie die sonette des petrarcha launen die so abenteuerlich wie die ottaverime des ariosto manchmal auch furchtbare verrätereien und erhabene bosheit die so poetisch wie die hölle des großen dante da ist es der mühe wert hinaufzuschauen nach den logen wenn nur die männer unterdessen ihre begeisterung nicht mit so fürchterlichem lärm aussprechen dieses allzu tolle geräusch in einem italienischen theater wird mir manchmal lästig aber die musik ist die seele dieser menschen ihr leben ihre nationalsache in anderen ländern gibt es gewiss musiker die den größten italienischen renommeeen gleich stehen aber es gibt dort kein musikalisches volk die musik wird hier in italien nicht durch individuen repräsentiert sondern sie offenbart sich in der ganzen bevölkerung die musik ist volk geworden bei uns im norden ist es ganz anders da ist die musik nur mensch geworden und heißt mozart oder meyerbeer und obendrein wenn man das beste was solche nordische musik uns bietet genau untersucht so findet sich darin italienischer sonnenschein und orangenduft und viel eher als unserem deutschland gehören sie dem schönen italien der heimat der musik ja italien wird immer die heimat der musik sein wenn auch seine großen maestri früh ins grab steigen oder verstummen wenn auch bellini stirbt und rossini schweigt wahrlich bemerkte maria rossini behauptet ein sehr strenges stillschweigen wenn ich nicht irre schweigt er schon seit zehn jahren das ist vielleicht ein witz von ihm antwortete maximilian er hat zeigen wollen dass der name schwan von pesaro den man ihm erteilte ganz unpassend sei die schwäne singen am ende ihres lebens rossini aber hat in der mitte seines lebens zu singen aufgehört und ich glaube er hat wohl daran getan und eben dadurch gezeigt daß er ein genie ist ein künstler welcher nur talent hat behält bis an sein lebens ende den trieb dieses talent auszuüben der ehrgeiz stachelt ihn er fühlt daß er sich beständig vervollkommnet und es drängt ihn das höchste zu erstreben der genius aber hat das höchste bereits geleistet er ist zufrieden er verachtet die welt und den kleinen ehrgeiz und geht nach hause nach stratford am avon wie william shakespeare oder promeniert sich lachend und witzelnd auf dem boulevard des italiens zu paris wie joachim rossini hat der genius keine schlechte leibeskonstitution so lebt er in solcher weise noch eine gute weile fort nachdem er seine meisterwerke geliefert oder wie man sich auszudrücken pflegt nachdem er seine mission erfüllt hat es ist ein vorurteil wenn man meint das genie müsse früh sterben ich glaube man hat das dreißigste bis zum vierunddreißigsten jahr als die gefährliche zeit für die genies bezeichnet wie oft habe ich den armen bellini damit geneckt und ihm aus scherz prophezeit daß er in seiner eigenschaft als genie bald sterben müsse indem er das gefährliche alter erreiche sonderbar trotz des scherzenden tons ängstigte er sich doch ob dieser prophezeiung er nannte mich seinen jetatore und machte immer das jetatore zeichen er wollte so gerne leben bleiben er hatte eine fast leidenschaftliche abneigung gegen den tod er wollte nichts vom sterben hören er fürchtete sich davor wie ein kind das sich fürchtet im dunkeln zu schlafen es war ein gutes liebes kind manchmal etwas unartig aber dann brauchte man ihm nur mit seinem baldigen tode zu drohen und er ward dann gleich kleinlaut und bittend und machte mit den zwei erhobenen fingern das jetatore zeichen armer bellini sie haben ihn also persönlich gekannt war er hübsch er war nicht hässlich sie sehen auch wir männer können nicht bejahend antworten wenn man uns über jemand von unserem geschlecht eine solche frage vorlegt es war eine hochaufgeschossene schlanke gestalt die sich zierlich ich möchte sagen kokett bewegte immer akatre y pangle ein regelmäßiges gesicht länglich blaß rosig hellblondes fast goldiges haar in dünne löckchen frisiert hohe sehr hohe edle stirn gerade nase bleiche blaue augen schön gemessener mund ein rundes kinn seine züge hatten etwas vages charakterloses etwas wie milch und in diesem milchgesicht quirlte manchmal süßsäuerlich ein ausdruck von schmerz dieser ausdruck von schmerz ersetzte in bellinis gesichte den mangelnden geist aber es war ein schmerz ohne tiefe er flimmerte poesielos in den augen er zuckte leidenschaftslos um die lippen des mannes diesen flachen matten schmerz schien der junge maestro in seiner ganzen gestalt veranschaulichen zu wollen so schwärmerisch wehmütig waren seine haare frisiert die kleider saßen ihm so schmachtend an dem zarten leib er trug sein spanisches röhrchen so idyllisch daß er mich immer an die jungen schäfer erinnerte die wir in unseren schäferspielen mit bebänderten stäben und hellfarbigen jäckchen und höschen minodieren sehen und sein gang war so jungfräulich so elegisch so ätherisch der ganze mensch sah aus wie ein seufzer on escarpin er hat bei den frauen vielen beifall gefunden aber ich bezweifle ob er irgendwo eine starke leidenschaft geweckt hat für mich selber hat seine erscheinung immer etwas spaßhaft ungenießbares dessen grund wohl zunächst in seinem französisch sprechen zu finden war obgleich bellini schon mehrere jahre in frankreich gelebt sprach er doch das französische so schlecht wie es vielleicht kaum in england gesprochen werden kann ich sollte dieses sprechen nicht mit dem beiwort schlecht bezeichnen schlecht ist hier viel zu gut man muss entsetzlich sagen blutschänderisch weltuntergangsmäßig ja wenn man mit ihm in gesellschaft war und er die armen französischen worte wie ein henkerade brach und unerschütterlich seine kolossalen cockalan auskramte so meinte man manchmal die welt müsse mit einem donnerkrachen untergehen eine leichenstille herrschte dann im ganzen saal todesschrecken malte sich auf allen gesichtern mit kreidefarben oder mit zinnober die frauen wußten nicht ob sie in ohnmacht fallen oder entfliehen sollten die männer sahen bestürzt nach ihren beinkleidern um sich zu überzeugen dass sie wirklich dergleichen trugen und was das furchtbarste war dieser schrecken erregte zu gleicher zeit eine konvulsive lachlust die sich kaum verbeißen ließ wenn man daher mit bellini in gesellschaft war mußte seine nähe immer eine gewisse angst einflößen die durch einen grauenhaften reiz zugleich abstoßend und anziehend war manchmal waren seine unwillkürlichen kalamburs bloß belustigender art und in ihrer possierlichen abgeschmacktheit erinnerten sie an das schloß eines landsmannes des prinzen palagonien welches goethe in seiner italienischen reise als ein museum von barocken verzerrtheiten und ungereimt zusammengekoppelten mißgestalten schildert da bellini bei solchen gelegenheiten immer etwas ganz harmloses und ganz ernsthaftes gesagt zu haben glaubte so bildete sein gesicht mit seinen worten eben den allertollsten kontrast das was mir an seinem gesichte mißfallen konnte trat dann um so schneidender hervor das was mir da mißfiel war aber nicht von der art daß es just als ein mangel bezeichnet werden könnte und am wenigsten mag es wohl den damen ebenfalls unerfreusam gewesen sein bellinis gesicht wie seine ganze erscheinung hatte jene physische frische jene fleischblüte jene rosenfarbe die auf mich einen unangenehmen eindruck macht auf mich der ich vielmehr das totenhafte und das marmorne liebe erst später hin als ich bellini schon lange kannte empfand ich für ihn einige neigung dieses entstand namentlich als ich bemerkte daß sein charakter durchaus edel und gut war seine seele ist gewiß rein und unbefleckt geblieben von allen häßlichen berührungen auch fehlte ihm nicht die harmlose gutmütigkeit das kindliche das wir bei genialen menschen nie vermissen wenn sie auch dergleichen nicht für jedermann zur schau tragen ich erinnere mich fuhr maximilian fort indem er sich auf den sessel niederließ an dessen lehne er sich bis jetzt aufrecht gestützt hatte ich erinnere mich eines augenblicks wo mir bellini in einem so liebenswürdigen lichte erschien daß ich ihn mit vergnügen betrachtete und mir vornahm ihn näher kennen zu lernen aber es war leider der letzte augenblick wo ich ihn in diesem leben sehen sollte dieses war eines abends nachdem wir im hause einer großen dame die den kleinsten fuß in paris hat miteinander gespeist und sehr heiter geworden und am fortepiano die süßesten melodien erklangen ich sehe ihn noch immer den guten bellini wie er endlich erschöpft von den vielen tollen bellinismen die er geschwatzt sich auf einen sessel niederließ dieser sessel war sehr niedrig fast wie ein bänkchen so daß bellini dadurch gleichsam zu den füßen einer schönen dame zu sitzen kam die sich ihm gegenüber auf ein sofa hingestreckt hatte und mit süßer schadenfreude auf bellini hinabsah während dieser sich abarbeitete sie mit einigen französischen redensarten zu unterhalten und er immer in die notwendigkeit geriet das was er eben gesagt hatte in seinem sizilianischen jargon zu kommentieren um zu beweisen daß es keine soutis sondern im gegenteil die feinste schmeichelei gewesen sei ich glaube daß die schöne dame auf bellinis redensarten gar nicht viel hinhörte sie hatte ihm sein spanisches röhrchen womit er seiner schwachen rhetorik manchmal zur hülfe kommen wollte aus den händen genommen und bediente sich dessen um den zierlichen lockenbauern den beiden schläfen des jungen maestro ganz ruhig zu zerstören diesem mutwilligen geschäfte galt wohl jenes lächeln das ihrem gesicht einen ausdruck gab wie ich ihn nie auf einem lebenden menschenantlitz gesehen nie kommt mir dieses gesicht aus dem gedächtnis es war eins jener gesichter die mehr dem traumreich der poesie als der rohen wirklichkeit des lebens zu gehören scheinen konturen die an da vinci erinnern jenes edle oval mit den naiven wangengrübchen und dem sentimental spitz zulaufenden kinn der lombardischen schule die färbung mehr römisch sanft matter perlenglanz vornehme blässe morbidezza kurz es war ein gesicht wie es nur auf irgendeinem altitalienischen porträt gefunden wird das etwa eine von jenen großen damen vorstellt worin die italienischen künstler des sechzehnten jahrhunderts verliebt waren wenn sie ihre meisterwerke schufen woran die dichter jener zeit dachten wenn sie sich unsterblich sangen und wonach die deutschen und französischen kriegshelden verlangen trugen wenn sie sich das schwert umgürteten und tatensüchtig über die alpen stürzten ja ja so ein gesicht war es worauf ein lächeln der süßesten schadenfreude und des vornehmsten mutwillens spielte während sie die schöne dame mit der spitze des spanischen rohrs den lockenbau des guten bellini zerstörte in diesem augenblick erschien mir bellini wie berührt von einem zauberstäbchen wie umgewandelt von einer durchaus befreundeten erscheinung und er wurde meinem herzen auf einmal verwandt sein gesicht erglänzte im widerschein jenes lächelns es war vielleicht der blühendste moment seines lebens ich werde ihn nie vergessen vierzehn tage nachher las ich in der zeitung des italien einen seiner rühmlichsten söhne verloren sonderbar zur gleichen zeit wurde auch der tod paganinis angezeigt an diesem todesfall zweifelte ich keinen augenblick da der alte fahle paganini immer wie ein sterbender aussah doch der tod des jungen rosigen bellini kam mir unglaublich vor und doch war die nachricht vom tode des ersteren nur ein zeitungsirrtum paganini befindet sich frisch und gesund zu genua und bellini liegt im grabe zu paris blieben sie paganini frug maria dieser mann antwortete maximilian ist eine zierde seines vaterlandes und verdient gewiß die ausgezeichnetste erwähnung wenn man von den musikalischen notabilitäten italiens sprechen will ich habe ihn nie gesehen bemerkte maria aber dem rufe nach soll sein äußeres den schönheitssinn nicht vollkommen befriedigen ich habe porträts von ihm gesehen die alle nicht ähnlich sind fiel ihr maximilian in die rede sie verhäßlichen oder verschönern ihn nie geben sie seinen wirklichen charakter ich glaube es ist nur einem einzigen menschen gelungen die wahre physiognomie paganinis aufs papier zu bringen es ist ein taubermaler namens lüser der in seiner geistreichen tollheit mit wenigen kreidestrichen den kopf paganinis so gut getroffen hat daß man ob der wahrheit der zeichnung zugleich lacht und erschrickt der teufel hat mir die hand geführt sagte mir der taube maler geheimnisvoll kichernd und gutmütig ironisch mit dem kopfe nickend wie er bei seinen genialen eulenspiegeleien zu tun pflegte dieser maler war immer ein wunderlicher kauz trotz seiner taubheit liebte er enthusiastisch die musik und er soll es verstanden haben wenn er sich nahe genug am orchester befand den musikern die musik auf dem gesichte zu lesen und an ihren fingerbewegungen die mehr oder minder gelungene exekution zu beurteilen auch schrieb er die opern kritiken in einem schätzbaren journal zu hamburg was ist eigentlich da zu verwundern in der sichtbaren signatur des spieles konnte der taube maler die töne sehen gibt es doch menschen denen die töne selber nur unsichtbare signaturen sind worin sie farben und gestalten hören ein solcher mensch sind sie rief maria es ist mir leid daß ich die kleine zeichnung von lüser nicht mehr besitze sie würde ihnen vielleicht von paganinis äußerem einen begriff geben nur in grell schwarzen flüchtigen strichen konnten jene fabelhaften züge erfasst werden die mehr dem schweflichten schattenreich als der sonnigen lebenswelt zu gehören scheinen wahrhaftig der teufel hat mir die hand geführt beteuerte mir der taube maler als wir zu hamburg vor dem alster pavillon standen an dem tag wo paganini dort sein erstes konzert gab ja mein freund fuhr er fort es ist wahr was die ganze welt behauptet daß er sich dem teufel verschrieben hat leib und seele um der beste violinist zu werden um millionen zu erfiedeln und zunächst um von der verdammten galere loszukommen wo er schon viele jahre geschmachtet denn sehen sie freund als er zu luca kapellmeister war verliebte er sich in eine theaterprinzessin ward eifersüchtig auf irgendeinen kleinen abbate ward vielleicht kokü erstach auf gut italienisch seine untreue amata kam auf die galere zu genua und wie gesagt verschrieb sich endlich dem teufel um loszukommen um der beste violinspieler zu werden und um jeden von uns diesen abend eine brandschatzung von zwei talern auferlegen zu können aber sehen sie alle guten geister loben gott sehen sie dort in der allee kommt er selber mit seinem zweideutigen famulo in der tat es war paganini selber den ich als ball zu gesicht bekam er trug einen dunkelgrauen oberrock der ihm bis zu den füßen reichte wodurch seine gestalt sehr hoch zu sein schien das lange schwarze haar fiel in verzerrten locken auf seine schultern herab und bildete wie einen dunklen rahmen um das blasse leichenartige gesicht worauf kummer genie und hölle ihre unverwüstlichen zeichen eingegraben hatten neben ihm tänzelte eine niedrige behagliche figur putzig prosaisch brusig verrunzeltes gesicht hellgraues röckchen mit stahlknöpfen unausstehlich freundlich nach allen seiten hin grüßend mitunter aber voll besorglicher scheu nach der düsteren gestalt hinauf schielend die ihm ernst und nachdenklich zur seite wandelte man glaubte das bild von retsche zu sehen wo faust mit wagner vor den toren von leipzig spazieren geht der taube maler kommentierte mir aber die beiden gestalten in seiner tollen weise und machte mich besonders aufmerksam auf den gemessenen breiten gang des paganini ist es nicht sagte er als trüge er noch immer die eiserne querstange zwischen den beinen er hat sich nun einmal diesen gang auf immer angewöhnt sehen sie auch wie verächtlich ironisch er auf seinen begleiter manchmal hinab schaut wenn dieser ihm mit seinen prosaischen fragen lästig wird er kann ihn aber nicht entbehren ein blutiger kontrakt bindet ihn an diesen diener der eben kein anderer ist als satan das unwissende volk meint freilich dieser begleiter sei der komödien und anekdotenschreiber harris aus hannover den paganini auf reisen mitgenommen habe um die geldgeschäfte bei seinen konzerten zu verwalten das volk weiß nicht daß der teufel dem herrn georg harris bloß seine gestalt abgeborgt hat und daß die arme seele dieses armen menschen unter dessen neben anderem lumpenkram in einem kasten zu hannover so lange eingesperrt ist bis der teufel ihr wieder ihre fleischenveloppe zurückgibt und er vielleicht seinen meister paganini in einer würdigeren gestalt nämlich als schwarzer pudel durch die welt begleiten wird war mir aber paganini als ich ihn am hellen mittag unter den grünen bäumen des hamburger jungfernsteigs einher wandeln sah schon hinlänglich fabelhaft und abenteuerlich erschienen wie mußte mich erstes abends im konzerte seine schauerlich bizarre erscheinung überraschen das hamburger komödienhaus war der schauplatz dieses konzertes und das kunstliebende publikum hatte sich schon früher und in solcher anzahl eingefunden daß ich kaum noch ein plätzchen für mich am orchester erkämpfte obgleich es posttag war erblickte ich doch in den ersten ranglogen die ganze gebildete handelswelt und einen ganzen olymp von bankiers und sonstigen millionären die götter des kaffees und des zuckers nebst deren dicken ehegöttinnen junonen vom wandrahm und aphroditen vom dreckwall auch herrschte eine religiöse stille im ganzen saal jedes auge war nach der bühne gerichtet jedes ohr rüstete sich zum hören mein nachbar ein alter pelzmakler nahm seine schmutzige baumwolle aus den ohren um bald die kostbaren töne die zwei taler entreegeld kosteten besser einsaugen zu können endlich aber auf der bühne kam eine dunkle gestalt zum vorschein die der unterwelt entstiegen zu sein schien es war paganini in seiner schwarzen gala der schwarze frack und die schwarze weste von einem entsetzlichen zuschnitt wie er vielleicht am hofe broserpinens von der höllischen etikette vorgeschrieben ist die schwarzen hosen ängstlich schlotternd um die dünnen beine die langen arme schienen noch verlängert indem er in der einen hand die violine und in der anderen deren bogen gesenkt hielt und damit fast die erde berührte als er vor dem publikum seine unerhörte verbeugung auskramte in der eckigen krümmung seines leibes lag eine schauerliche hölzernheit und zugleich etwas närrisch tierisches das uns bei diesen verbeugungen eine sonderbare lachlust anwandeln mußte aber sein gesicht das durch die grelle orchesterbeleuchtung noch leichenartiger weiß erschien hatte alsdann so etwas flehendes so etwas blödsinnig demütiges das ein grauenhaftes mitleid unsere lachlust niederdrückte hatte er diese komplimente einem automaten abgelernt oder einem hunde ist dieser bittende blick der eines todkranken oder lauert dahinter der spott eines schlauen geizhalses ist das ein lebender der im verscheiden begriffen und der das publikum in der kunstarena wie ein sterbender fechter mit seinen zuckungen ergötzen soll oder ist es ein toter der aus dem grabe gestiegen ein vampir mit der violine der uns wo nicht das blut aus dem herzen so doch auf jeden fall das geld aus den taschen saugt solche fragen kreuzten sich in unserem kopfe während paganini seine unaufhörlichen komplimente schnitt aber alle dergleichen gedanken mußten strax verstummen als der wunderbare meister seine violine ans kinn setzte und zu spielen begann was mich betrifft so kennen sie ja mein musikalisches zweites gesicht meine begabnis bei jedem ton den ich erklingen höre auch die adäquate klangfigur zu sehen und so kam es daß mir paganini mit jedem striche seines bogens auch sichtbare gestalten und situationen vor die augen brachte daß er mir in tönender bilderschrift allerlei grelle geschichten erzählte daß er vor mir gleichsam ein farbiges schattenspiel hingaukeln ließ worin er selber immer mit seinem violinspiel als die hauptperson agierte schon bei seinem ersten bogenstrich hatten sich die kulissen um ihn her verändert er stand auf seinem musikpult plötzlich in einem heitern zimmer welches lustig unordentlich dekoriert mit verschnörkelten möbeln im pompadur geschmack überall kleine spiegel vergoldete amouretten chinesisches porzellan ein allerliebstes chaos von bändern blumengirlanden weißen handschuhen zerrissenen blonden falschen perlen diademen von goldblech und sonstigem götterflitterkram wie man dergleichen im studierzimmer einer primadonna zu finden pflegt paganinis äußeres hatte sich ebenfalls und zwar aufs aller vorteilhafteste verändert er trug kurze beinkleider von lilafarbigem atlas eine silbergestickte weiße weste einen rock von hellblauem sammet mit goldumsponnenen knöpfen und die sorgsam in kleinen löckchen frisierten haare umspielten sein gesicht das ganz jung und rosig blühte und von süßer zärtlichkeit erklänzte wenn er nach dem hübschen dämchen hinäugelte das neben ihm am notenpult stand während er violine spielte in der tat an seiner seite erblickte ich ein hübsches junges geschöpf altmodisch gekleidet der weiße atlas ausgebauscht unterhalb der hüfte die taille um so reizender schmal die gepuderten haare hoch auffrisiert das hübsch runde gesicht um so freier hervorklänzend mit seinen blitzenden augen mit seinen geschminkten wänglein schönheitspflästerchen und impertinent süßem näschen in der hand trug sie eine weiße papierrolle und sowohl nach ihren lippenbewegungen als nach dem kokettierenden hin und herwiegen ihres oberleibchens zu schließen schien sie zu singen aber vernehmlich ward mir kein einziger ihrer triller und nur aus dem violinspiel womit der junge paganini das holde kind begleitete erriet ich was sie sang und was er selber während ihres singens in der seele fühlte o es waren melodien wie die nachtigall sie flötet in der abenddämmerung wenn der duft der rosen ihr das ahnende frühlingsherz mit sehnsucht berauscht o es war eine schmelzende wollüstig hinschmachende seligkeit es waren töne die sich küßten dann schmollend einander flohen und endlich wieder lachend sich umschlangen und eins wurden und in drunkener einheit dahin starben ja die töne trieben ein heiteres spiel wie schmetterlinge wenn einer dem anderen neckend ausweicht sich hinter einer blume verbirgt endlich erhascht wird und dann mit dem anderen leichtsinnig beglückt im goldenen sonnenlicht hinaufflattert aber eine spinne kann solchen verliebten schmetterlingen mal plötzlich ein tragisches schicksal bereiten ahnte dergleichen das junge herz ein wehmütig seufzender ton wie vorgefühl eines heranschleichenden unglücks glitt leise durch die entzückendsten melodien die aus paganinis violine hervorstrahlten seine augen waren feucht anbetend kniet er nieder vor seiner amata aber ach indem er sich beugt um ihre füße zu küssen erblickt er unter dem bette einen kleinen abate ich weiß nicht was er gegen den armen menschen haben mochte aber der genueser wurde blaß wieder tot er erfaßt den kleinen mit wütenden händen gibt ihm diverse ohrfeigen sowie auch eine beträchtliche anzahl fußtritte schmeißt ihn gar zur tür hinaus zieht alsdann ein langes stilett aus der tasche und stößt es in die brust der jungen schönen in diesem augenblick aber erscholl von allen seiten bravo bravo hamburgs begeisterte männer und frauen zollten ihren rauschendsten beifall dem großen künstler welcher eben die erste abteilung seines konzertes beendigt hatte und sich mit noch mehr ecken und krümmungen als vorher verbeugte auf seinem gesichte wollte mich dünken winselte ebenfalls eine noch flehsamere demut als vorher in seinen augen starrte eine grauenhafte ängstlichkeit wie die eines armen sünders göttlicher rief mein nachbar der pelzmakler indem er sich in den ohren kratzte dieses stück war allein schon zweitaler wert als paganini aufs neue zu spielen begann ward es mir düster vor den augen die töne verwandelten sich nicht in helle formen und farben die gestalt des meisters umhüllte sich vielmehr in finstere schatten aus deren dunkel seine musik mit den schneidendsten jammertönen hervorklagte nur manchmal wenn eine kleine lampe die über ihm hing ihr kümmerliches licht auf ihn warf erblickte ich sein erbleichtes antlitz worauf aber die jugend noch immer nicht erloschen war sonderbar war sein anzug gespalten in zwei farben wovon die eine gelb und die andere rot an den füßen lasteten ihm schwere ketten hinter ihm bewegte sich ein gesicht dessen physiognomie auf eine lustige boxnatur hindeutete und lange haarichte hände die wie es schien dazu gehörten sah ich zuweilen hülfreich in die seiten der violine greifen worauf paganini spielte sie führte ihm auch manchmal die hand womit er den bogen hielt und ein meckerndes beifall lachen akkompanierte dann die töne die immer schmerzlicher und blutender aus der violine hervorkwollen das waren töne gleich dem gesang der gefallenen engel die mit den töchtern der erde gebuhlt hatten und aus den reichen der seligen verwiesen mit schamglühenden gesichtern in die unterwelt hinabstiegen das waren töne in deren bodenloser untiefe weder trost noch hoffnung glimmte wenn die heiligen im himmel solche töne hören erstirbt das lob gottes auf ihren verbleichenden lippen und sie verhüllen weinend ihre frommen häupter zuweilen wenn in die melodischen qualnisse dieses spiels das obligate boxlachen hineinmeckerte erblickte ich auch im hintergrunde eine menge kleiner weibsbilder die boshaft lustig mit den hässlichen köpfen nickten und mit gekreuzten fingern in neckender schadenfreude ihre rübchen schabten aus der violine drangen als dann angstlaute und ein entsetzliches seufzen und ein schluchzen wie man es noch nie gehört auf erden und wie man es vielleicht nie wieder auf erden hören wird sei denn im tale josephat wenn die kolossalen posaunen des gerichts erklingen und die nackten leichen aus ihren gräbern hervorkriechen und ihres schicksals harren aber der gequälte violinist tat plötzlich einen strich einen so wahnsinnig verzweifelten strich daß seine ketten rasselnd entzweisprangen und sein unheimlicher gehülfe mitsamt den verhöhnenden unholden verschwanden in diesem augenblick sagte mein nachbar der pelzmakler schade schade eine seite ist ihm gesprungen das kommt bestimmt von dem beständigen pizzicati war wirklich die seite auf der violine gesprungen ich weiß es nicht ich bemerkte nur die transfiguration der töne und da schien mir paganini und seine umgebung plötzlich wieder ganz verändert jenen konnte ich kaum wieder erkennen in der braunen mönchstracht die ihm mehr versteckte als bekleidete das verwilderte antlitz halb verhüllt von der kapuze einen strick um die hüften barfüßig eine einsam trotzige gestalt stand paganini auf einem felsigen vorsprung am meere und spielte violine es war wie mich dünkte die zeit der dämmerung das abendrot überfloß die weiten meeresfluten die immer röter sich färbten und immer feierlicher rauschten im geheimnisvollsten einklang mit den tönen der violine je röter aber das meer wurde desto fahler erbleichte der himmel und als endlich die wogenden wasser wie lauter scharlach grelles blut aussahen da ward droben der himmel ganz gespenstisch hell ganz leichenweiß und groß und drohend traten daraus hervor die sterne und diese sterne waren schwarz schwarz wie glänzende steinkohle aber die töne der violine wurden immer stürmischer und kecker und in den augen des entsetzlichen spielmannes funkelte eine so spöttische zerstörungslust und seine dünnen lippen bewegten sich so grauenhaft hastig daß es aussah als murmelte er uralt verruchte zaubersprüche womit man den sturm beschwören und jene bösen geister entfesselte die in den abgründen des meeres gefangen liegen manchmal wenn er den nackten arm aus den weiten mönchsärmeln langhager hervorstreckend mit dem fiedelbogen in den lüften fegte dann schien er recht wie ein hexenmeister der mit dem zauberstab den elementen gebietet und es heulte dann so wahnsinnig in der meerestiefe und die entsetzlichen blutwellen sprangen dann so gewaltig in die höhe daß sie fast die bleiche himmelsdecke und die schwarzen sterne dort mit ihrem roten schaume bespritzten das heulte das kreischte das krachte als ob die welt in trümmern auseinanderbrechen wollte und der mönch strich immer hartnäckiger seine violine er wollte durch die gestalt seines rasenden willens die sieben siegel brechen womit salomon die eisernen töpfe versiegelt indem er darin die überwundenen dämonen verschlossen jene töpfe hat der weise könig ins meer versenkt und eben die stimme der darin verschlossenen dämonen glaubte ich zu vernehmen während paganinis violine ihre zornigsten basstöne grollte aber endlich glaubte ich gar wie jubel der befreiung zu vernehmen und aus den roten blutwellen sah ich hervortauchend die häupter der entfesselten dämonen ungetüme von fabelhafter häßlichkeit krokodile mit fledermausflügeln schlangen mit hirschgeweihen affen bemützt mit trichtermuscheln seehunde mit patriarchalisch langen bärten weibergesichter mit brüsten anstelle der wangen grüne kamelsköpfe zwittergeschöpfe von unbeschreiblicher zusammensetzung alle mit altklugen augen hinglotzend und mit langen floßtatzen hingreifend nach dem fiedelnden mönche diesem aber in dem rasenden beschwörungseifer fiel die kapuze zurück und die lockigen haare im winde dahinflatternd umringelten sein haupt wie schwarze schlangen diese erscheinung war so sinneverwirrend daß ich um nicht wahnsinnig zu werden die ohren mir zuhielt und die augen schloß da war nun der spuk verschwunden und als ich wieder aufblickte sah ich den armen genueser in seiner gewöhnlichen gestalt seine gewöhnlichen komplimente schneiden während das publikum aufs entzückteste applaudierte das ist also das berühmte spiel auf der g-seite bemerkte mein nachbar ich spiele selber die violine und weiß was es heißt dieses instrument so zu bemeistern zum glück war die pause nicht groß sonst hätte mich der musikalische pelz kenner gewiß in ein langes kunstgespräch eingemufft paganini setzte wieder ruhig seine violine ans kinn und mit dem ersten strich seines bogens begann auch wieder die wunderbare transfiguration der töne nur gestaltete sich diese nicht mehr so grellfarbig und leiblich bestimmt diese töne entfalteten sich ruhig majestätisch wogend und anschwellend wie die eines orgelchorals in einem dome und alles umher hatte sich immer weiter und höher ausgedehnt zu einem kolossalen raume wie nicht das körperliche auge sondern nur das auge des geistes ihn fassen kann in der mitte dieses raumes schwebte eine leuchtende kugel worauf riesengroß und stolz erhaben ein mann stand der die violine spielte diese kugel war sie die sonne ich weiß nicht aber in den zügen des mannes erkannte ich paganini nur idealisch verschönert himmlisch verklärt versöhnungsvoll lächelnd sein leib blühte in kräftigster männlichkeit ein hellblaues gewand umschloß die veredelten glieder um seine schultern wallte in glänzenden locken das schwarze haar und wie er da fest und sicher stand ein erhabenes götterbild und die violine strich da war es als ob die ganze schöpfung seinen tönen gehorchte er war der menschplanet um den sich das ganze weltall bewegte mit gemesserner feierlichkeit und in seligem rhythmus erklingend diese großen lichter die so ruhig glänzend um ihn her schwebten waren es die sterne des himmels und jene tönenden harmonien die aus ihren bewegungen entstanden war es der sphärengesang wovon poeten und seher so viel verzückendes berichtet haben zuweilen wenn ich angestrengt weit hinausschaute in die dämmernde ferne da glaubte ich lauter weiße wallende gewänder zu sehen worin kolossale pilgrimme vermummt einher wandelten mit weißen stäben in den händen und sonderbar die goldenen knöpfe jener stäbe waren eben jene großen lichter die ich für sterne gehalten diese pilgrimme zogen in weiter kreisbahn um den spielmann umher von den tönen seiner violine erglänzten immer heller die goldenen knöpfe ihrer stäbe und die choräle die von ihren lippen erschollen und die ich für sphärengesang halten konnte waren eigentlich nur das verhallende echo jener violinentöne eine unnennbare heilige inbrunst wohnte in diesen klängen die manchmal kaum hörbar erzitterten wie geheimnisvolles flüstern auf dem wasser dann wieder süß schauerlich anschwollen wie waldhorntöne im mondschein und dann endlich mit ungezügeltem jubel dahin brausten als griffen tausende barden in die seiten ihrer harfen und erhüben ihre stimme zu einem siegeslied das waren klänge die nie das ohr hört sondern nur das herz träumen kann wenn es des nachts am herzen der geliebten ruht vielleicht auch begreift sie das herz am hellen lichten tag wenn es sich jauchzend versenkt in die schönheitslinien und ovalen eines griechischen kunstwerks oder wenn man eine bouteille champagner zu viel getrunken hat ließ sich plötzlich eine lachende stimme vernehmen die unseren erzähler wie aus einem traume weckte als er sich umdrehte erblickte er den doktor der in begleitung der schwarzen deborah ganz leise ins zimmer getreten war um sich zu erkundigen wie seine medizin auf die kranke gewirkt habe dieser schlaf gefällt mir nicht sprach der doktor indem er nach dem sofa zeigte maximilian welcher versunken in den phantasmen seiner eigenen rede gar nicht gemerkt hatte daß maria schon lange eingeschlafen war bis sich verdrießlich auf die lippen dieser schlaf fuhr der doktor fort verleiht ihrem antlitz schon ganz den charakter des todes sieht es nicht schon aus wie jene weiße maske jene gipsabgüsse worin wir die züge der verstorbenen zu bewahren suchen ich möchte wohl flüsterte ihm maximilian ins ohr von dem gesichte unserer freundin einen solchen abguss aufbewahren sie wird auch als leiche noch sehr schön sein ich rate ihnen nicht dazu entgegnete der doktor solche masken verleiden uns die erinnerung an unsere lieben wir glauben in diesem gipse sei noch etwas von ihrem leben enthalten und was wir darin aufbewahrt haben ist doch ganz eigentlich der tod selbst regelmäßig schöne züge bekommen hier etwas grauenhaft starres verhöhnen des fatales wodurch sie uns mehr erschrecken als erfreuen wahre karikaturen aber sind die gipsabgüsse von gesichtern deren reiz mehr von der geistigen art war deren züge weniger regelmäßig als interessant gewesen denn sobald die grazien des lebens darin erloschen sind werden die wirklichen abweichungen von den idealen schönheitslinien nicht mehr durch geistige reize ausgeglichen gemeinsam ist aber allen diesen gipsgesichtern ein gewisser rätselhafter zug der uns bei längerer betrachtung aufs unleidlichste die seele durchfröstelt sie sehen alle aus wie menschen die im begriffe sind einen schweren gang zu gehen wohin frug maximilian als der doktor seinen arm ergriff und ihn aus dem zimmer fortführte zweite nacht und warum wollen sie mich noch mit dieser hässlichen medizin quälen da ich ja doch so bald sterbe es war maria welche eben als maximilian ins zimmer trat diese worte gesprochen vor ihr stand der arzt der in der einen hand eine medizinflasche in der anderen einen kleinen becher worin ein bräunlicher saft widerwärtig schäumte teuerster freund rief er indem er sich zu dem eintretenden wandte ihre anwesenheit ist mir jetzt sehr lieb suchen sie doch signora dahin zu bewegen daß sie nur diese wenigen tropfen einschlürft ich habe eile ich bitte sie maria flüsterte maximilian mit jener weichen stimme die man nicht sehr oft an ihm bemerkt hat und die aus einem so wunden herzen zu kommen schien daß die kranke sonderbar gerührt fast ihres eigenen leides vergessend den becher in die hand nahm ehe sie ihn aber zum munde führte sprach sie lächelnd nicht wahr zur belohnung erzählen sie mir dann auch die geschichte von der laurentia alles was sie wünschen soll geschehen nickte maximilian die blasse frau drang alsbald den inhalt des bechers halb lächelnd halb schaudernd ich habe eile sprach der arzt indem er seine schwarzen handschuhe anzog legen sie sich ruhig nieder signora und bewegen sie sich so wenig als möglich ich habe eile begleitet von der schwarzen deborah die ihm leuchtete verließ er das gemach als nun die beiden freunde allein waren sahen sie sich lange schweigend an in beider seele wurden gedanken laut die eins dem andern zu verhehlen suchte das weib aber ergriff plötzlich die hand des mannes und bedeckte sie mit glühenden küssen um gottes willen sprach maximilian bewegen sie sich nicht so gewaltsam und legen sie sich wieder ruhig aufs sofa als maria diesen wunsch erfüllte bedeckte er ihre füße sehr sorgsam mit dem schal den er vorher mit seinen lippen berührt hatte sie mochte es wohl bemerkt haben denn sie zwingte vergnügt mit den augen wie ein glückliches kind war mademoiselle laurence sehr schön wenn sie mich nie unterbrechen wollen teure freundin und mir angeloben ganz schweigsam und ruhig zuzuhören so will ich alles was sie zu wissen begehren umständlich berichten dem bejahenden blicke marias mit freundlichkeit zulächelnd setzte sich maximilian auf den sessel der vor dem sofa stand und begann folgendermaßen seine erzählung es sind nun acht jahre daß ich nach london reiste um die sprache und das volk dort kennen zu lernen hol der teufel das volk mitsamt seiner sprache da nehmen sie ein dutzend einsilbiger worte ins maul kauen sie knatschen sie spucken sie wieder aus und das nennen sie sprechen zum glück sind sie ihrer natur nach ziemlich schweigsam und obgleich sie uns immer mit aufgesperrtem maule ansehen so verschonen sie uns jedoch mit langen konversationen aber wehe uns wenn wir einem sohne albions in die hände fallen der die große tour gemacht und auf dem kontinent französisch gelernt hat dieser will dann die gelegenheit benutzen die erlangten sprachkenntnisse zu üben und überschüttet uns mit fragen über alle möglichen gegenstände und kaum hat man die eine frage beantwortet so kommt er mit einer neuen herangezogen entweder über alter oder heimat oder dauer unseres aufenthalts und mit diesem unaufhörlichen inquirieren glaubt er uns aufs beste zu unterhalten einer meiner freunde in paris hatte vielleicht recht als er behauptete daß die engländer ihre französische konversation auf dem bureau de passeport lernen am nützlichsten ist ihre unterhaltung bei tisch wenn sie ihre kolossalen roastbeefs tranchieren und mit den ernsthaftesten minen uns abfragen welch ein stück wir verlangen ob stark oder schwach gebraten ob aus der mitte oder aus der braunen rinde ob fett oder mager diese roastbeef und ihre hammelbraten sind auch alles was sie gutes haben der himmel bewahre jeden christen menschen vor ihren soßen die aus ein drittel mehl und zwei drittel butter oder je nachdem die mischung eine abwechslung bezweckt aus ein drittel butter und zwei drittel mehl bestehen der himmel bewahre auch jeden vor ihren naiven gemüsen die sie in wasser abgekocht ganz wie gott sie geschaffen hat auf den tisch bringen entsetzlicher noch als die küche der engländer sind ihre toaster und ihre obligaten standreden wenn das tischtuch aufgehoben wird und die damen sich von der tafel wegbegeben und statt ihrer ebenso viele botellen portwein aufgetragen werden denn durch letztere glauben sie die abwesenheit des schönen geschlechts aus beste zu ersetzen ich sage des schönen geschlechts denn die engländerinnen verdienen diesen namen es sind schöne weiße schlanke leiber nur der allzu breite raum zwischen der nase und dem munde der bei ihnen ebenso häufig wie bei den englischen männern gefunden wird hat mir oft in england die schönsten gesichter verleidet diese abweichung von dem typus des schönen wirkt auf mich noch fataler wenn ich die engländer hier in italien sehe wo ihre kärglich gemessene nasen und diese breite fleischfläche die sich darunter bis zum munde erstreckt einen desto schrofferen kontrast bildet mit den gesichtern der italiener deren züge mehr von antiker regelmäßigkeit sind und deren nasen entweder römisch gebogen oder griechisch gesenkt nicht selten ins allzu längliche ausarten sehr richtig ist die bemerkung eines deutschen reisenden daß die engländer wenn sie hier unter den italienern wandeln alle wie statuen aussehen denen man die nasenspitze abgeschlagen hat ja wenn man den engländern in einem fremden lande begegnet kann man durch den kontrast ihre mängel erst recht grell hervortreten sehen es sind die götter der langeweile die in blank lackierten wagen mit extra post durch alle länder jagen und überall eine graue staubwolke von traurigkeit hinter sich lassen dazu kommt ihre neugier ohne interesse ihre geputzte plumpheit ihre freche blödigkeit ihr eckiger egoismus und ihre öde freude an allen melancholischen gegenständen schon seit drei wochen sieht man hier auf der piazza di granduca alle tage einen engländer welcher stundenlang mit offenem maule jenem scharlatanen zuschaut der dort zu pferde sitzend den leuten die zähne ausreißt dieses schauspiel soll den edlen sohn albions vielleicht schadlos halten für die exekutionen die er in seinem teuren vaterlande versäumt denn nächstboxen und harnenkampf gibt es für einen briten keinen köstlicheren anblick als die agonie eines armen teufels der ein schaf gestohlen oder eine handschrift nachgeahmt hat und vor der fassade von old bailey eine stunde lang mit einem strick um den hals ausgestellt wird ehe man ihn in die ewigkeit schleudert es ist keine übertreibung wenn ich sage das schafdiebstahl und fälschung in jenem hässlichen grausamen lande gleich den abscheulichsten verbrechen gleich vatermord und blutschande bestraft werden ich selber den ein trister zufall vorbeiführte sah in london einen menschen hängen weil er ein schaf gestohlen und seitdem verlor ich alle freude am hammelbraten das fett erinnert mich immer an die weiße mütze des armen sünders neben ihm ward ein irländer gehängt der die handschrift eines reichen bankiers nachgeahmt und noch immer sehe ich die naive todesangst des armen paddy welcher vor den assisen nicht begreifen konnte daß man ihn einer nachgeahmten handschrift wegen so hart bestrafe ihn der doch jedem menschenkind erlaube seine eigene handschrift nachzuahmen und dieses volk spricht beständig von christentum und versäumt des sonntags keine kirche und überschwemmt die ganze welt mit bibeln ich will es ihnen gestehen maria wenn mir in england nichts munden wollte weder menschen noch küche so lag auch wohl zum teil der grund in mir selber ich hatte einen guten vorrat von mißlaune mit hinübergebracht aus der heimat und ich suchte erheiterung bei einem volke das selber nur im strudel der politischen und merkantilischen tätigkeit seine langeweile zu töten weiß die vollkommenheit der maschinen die hier überall angewendet werden und die so viele menschliche verrichtungen übernommen hatte ebenfalls für mich etwas unheimliches dieses künstliche getriebe von rädern stangen zylindern und tausenderlei kleinen häkchen stiftchen und zähnchen die sich fast leidenschaftlich bewegen erfüllte mich mit grauen das bestimmte das genaue das ausgemessene und die pünktlichkeit im leben der engländer beängstigte mich nicht minder denn gleich wie die maschinen in england uns wie menschen vorkommen so erscheinen uns dort die menschen wie maschinen ja holzeisen und messing scheinen dort den geist des menschen usurpiert zu haben und vor geistesfülle fast wahnsinnig geworden zu sein während der entgeistete mensch als ein hohles gespenst ganz maschinenmäßig seine gewohnheitsgeschäfte verrichtet zur bestimmten minute beefsteak frißt parlamentsreden hält seine nägel bürstet in die stagecoat steigt oder sich aufhängt wie mein missbehagen in diesem lande sich täglich steigerte können sie sich wohl vorstellen nichts aber gleich der schwarzen stimmung die mich einst befiel als ich gegen abendzeit auf der waterloo brücke stand und in die wasser der themse hineinblickte mir war als spiegelte sich darin meine seele als schaute sie mir aus dem wasser entgegen mit allen ihren wundmalen dabei kamen mir die kummervollsten geschichten ins gedächtnis ich dachte an die rose die immer mit essig begossen worden und dadurch ihre süßesten düfte einbüßte und frühzeitig verwelkte ich dachte an den verirrten schmetterling den ein naturforscher der den montblanc bestiegen dort ganz einsam zwischen den eiswänden herumflattern sah ich dachte an die zahme äffin die mit den menschen so vertraut war mit ihnen spielte mit ihnen speiste aber einst bei tische in dem braten der in der schüssel lag ihr eigenes junges äffchen erkannte es hastig ergriff damit in den wald eilte und sich nie mehr unter ihren freunden den menschen sehen ließ ach mir ward so weh zumute daß mir gewaltsam die heißen tropfen aus den augen stürzten sie fielen hinab in die themse und schwammen fort ins große meer das schon so manche menschen träne verschluckt hat ohne es zu merken in diesem augenblick geschah es daß eine sonderbare musik mich aus meinen dunklen träumen weckte und als ich mich umsah bemerkte ich am ufer einen haufen menschen die um irgendein ergötzliches schauspiel einen kreis gebildet zu haben schienen ich trat näher und erblickte eine künstlerfamilie welche aus folgenden vier personen bestand erstens eine kleine untersetzte frau die ganz schwarz gekleidet war einen sehr kleinen kopf und einen mächtig dick hervortretenden bauch hatte über diesem bauch hing ihr eine ungeheuer große trommel worauf sie ganz unbarmherzig lostrommelte zweitens ein zwerg der wie ein französischer marquis ein bordiertes kleid trug einen großen gepuderten kopf aber übrigens sehr dünne winzige gliedmaßen hatte und hin und her tänzelnd die triangle schlug drittens ein etwa fünfzehnjähriges junges mädchen welches eine kurze eng anliegende jacke von blaugestreifter seide und weite ebenfalls blaugestreifte pantalons trug es war eine luftig gebaute anmutige gestalt das gesicht griechisch schön edelgerade nase lieblich geschürzte lippen träumerisch weichgerundetes kinn die farbe sonniggelb die haare glänzend schwarz um die schläfen gewunden so stand sie schlank und ernsthaft ja misslaunig und schaute auf die vierte person der gesellschaft welche eben ihre kunststücke produzierte diese vierte person war ein gelehrter hund ein sehr hoffnungsvoller pudel und er hatte eben zur höchsten freude des englischen publikums aus den holzbuchstaben die man ihm vorgelegt die namen des lord wellington zusammengesetzt und ein sehr schmeichelhaftes beiwort nämlich heros hinzugefügt da der hund was man schon seinem geistreichen äußern anmerken konnte kein englisches vieh war sondern nebst den anderen drei personen aus frankreich herübergekommen so freuten sich albions söhne daß ihr großer feldherr wenigstens bei französischen hunden jene anerkennung erlangt habe die ihm von den übrigen kreaturen frankreich so schmählich versagt wird in der tat diese gesellschaft bestand aus franzosen und der zwerg welcher sich hiernächst als monsieur turlutu ankündigte fing an in französischer sprache und mit so leidenschaftlichen gesten zu brammer basieren daß die armen engländer noch weiter als gewöhnlich ihre mäuler und nasen aufsperrten manchmal nach einer langen phrase krähte er wie ein hahn und diese kikerikis sowie auch die namen von vielen kaisern königen und fürsten die er seiner rede einmischte waren wohl das einzige was die armen zuschauer verstanden jene kaiser könige und fürsten rühmte er nämlich als seine gönner und freunde schon als knabe von acht jahren wie er versicherte hatte er eine lange unterredung mit der allerhöchsten majestät ludwig xvi welcher auch später hin bei wichtigen gelegenheiten ihn immer um rat fragte den stürmen der revolution war er so wie viele andere durch die flucht entgangen und erst unter dem kaisertum war er ins geliebte vaterland zurückgekehrt um teilzunehmen an dem ruhm der großen nationen napoleon sagte er habe ihn nie geliebt dagegen von seiner heiligkeit dem papste pius dem siebten sei er fast vergöttert worden der kaiser alexander gab ihm bonbons und die prinzessin wilhelm von küritz nahm ihn immer auf den schoß ja von kindheit auf sagte er habe er unter lauter souveränen gelebt die jetzigen monarchen seien gleichsam mit ihm aufgewachsen und er betrachte sie wie seinesgleichen und er lege auch jedesmal trauer an wenn einer von ihnen das zeitliche segne nach diesen gravitätischen worten krähte er wie ein hahn m thurlutu war in der tat einer der kuriosesten zwerge die ich je gesehen sein verrunzeltes altes gesicht bildete einen so putzigen kontrast mit seinem kindisch schmalen leibchen und seine ganze person kontrastierte wieder so putzig mit den kunststückchen die er produzierte er warf sich nämlich in die kecksen posituren und mit einem unmenschlich langen rapier durchstach er die luft die kreuz und die quer während er beständig bei seiner ehre schwur daß diese quart oder jene terz von niemandem zu parieren sei daß hingegen seine parade von keinem sterblichen menschen durchgeschlagen werden könne und daß er jeden im publikum auffordere sich mit ihm in der edlen fechtkunst zu messen nachdem der zwerg dieses spiel einige zeit getrieben und niemanden gefunden hatte der sich zu einem öffentlichen zweikampf mit ihm entschließen wollte verbeugte er sich mit altfranzösischer grazie dankte für den beifall den man ihm gespendet und nahm sich die freiheit einem hochverehrten publiko das außerordentlichste schauspiel anzukündigen das jemals auf englischem boden bewundert worden sehen sie diese person rief er nachdem er schmutzige klasse handschuhe angezogen und das junge mädchen das zur gesellschaft gehörte mit ehrfurchtsvoller galanterie bis in die mitte des kreises geführt diese person ist mademoiselle laurence die einzige tochter der ehrbaren und christlichen dame die sie dort mit der großen trommel sehen und die jetzt noch trauer trägt wegen des verlustes ihres innigst geliebten gatten des größten bauchredners europas mademoiselle laurence wird jetzt tanzen bewundern sie jetzt den tanz von mademoiselle laurence nach diesen worten krähte er wieder wie ein hahn das junge mädchen schien weder auf diese reden noch auf die blicke der zuschauer im mindesten zu achten verdrießlich in sich selbst versunken harrte sie bis der zwerg einen großen teppich zu ihren füßen ausgebreitet und wieder in begleitung der großen trommel seinen triangel zu spielen begann es war eine sonderbare musik eine mischung von teppischer brummigkeit und wollüstigem gekitzel und ich vernahm eine pathetisch närrische wehmütig freche bizarre melodie die dennoch von der sonderbarsten einfachheit dieser musik aber vergaß sich bald als das junge mädchen zu tanzen begann tanz und tänzerinnen nahmen fast gewaltsam eine ganze aufmerksamkeit in anspruch das war nicht das klassische tanzen das wir noch in unseren großen balletten finden wo ebenso wie in der klassischen tragödie nur gespreizte einheiten und künstlichkeiten herrschen das waren nicht jene getanzten alexandriner jene deklamatorischen sprünge jene antithetischen entrechats jene edle leidenschaft die so wirbelnd auf einem fuße herumpirouettiert daß man nichts sieht als himmel und trikot nichts als idealität und flüge es ist mir wahrlich nicht so sehr zuwider wie das ballett der großen oper zu paris wo sich die tradition jenes klassischen tanzes am reinsten erhalten hat während die franzosen in den übrigen künsten in der poesie in der musik und in der malerei das klassische system umgestürzt haben es wird ihnen aber schwer werden eine ähnliche revolution in der tanzkunst zu vollbringen es sei denn daß sie hier wieder wie in ihrer politischen revolution zum terrorismus ihre zuflucht nehmen und den verstockten tänzern und tänzerinnen des alten regimes die beine guillotinieren mademoiselle laurence war keine große tänzerin ihre fußspitzen waren nicht sehr biegsam ihre beine waren nicht geübt zu allen möglichen verrenkungen sie verstand nichts von der tanzkunst wie sie vestris lehrt aber sie tanzte wie die natur den menschen zu tanzen gebietet ihr ganzes wesen war im einklang mit ihrem paar nicht bloß ihre füße sondern ihr ganzer leib tanzte ihr gesicht tanzte sie wurde manchmal blaß fast totenblaß ihre augen öffneten sich gespenstisch weit um ihre lippen zuckten begier und schmerz und ihre schwarzen haare die in glatten ovalen ihre schläfen umflossen bewegten sich wie zwei flatternde rabenflügel das war in der tat kein klassischer tanz aber auch kein romantischer tanz in dem sinne wie ein junger franzose von der eugène redülschen schule sagen würde dieser tanz hatte weder etwas mittelalterliches noch etwas venezianisches noch etwas bucklichtes noch etwas makabrisches es war weder mondschein darin noch blutschande es war ein tanz welcher nicht durch äußere bewegungsformen zu amüsieren strebte sondern die äußeren bewegungsformen schienen worte einer besonderen sprache die etwas besonderes sagen wollte was aber sagte dieser tanz ich konnte es nicht verstehen so leidenschaftlich auch diese sprache sich gebärdete ich ahnte nur manchmal dass von etwas grauenhaft schmerzlichem die rede war ich der sonst die signatur aller erscheinungen so leicht begreift ich konnte dennoch dieses getanzte rätseln nicht lösen und da ich immer vergeblich nach dem sinn desselben tappte daran war auch wohl die musik schuld die mich gewiß absichtlich auf falsche fährten leitete mich listig zu verwirren suchte und mich immer störte monsieur thurlitu's triangle kicherte manchmal so hämisch madame mutter aber schlug auf ihre große trommel so zornig daß ihr gesicht aus dem gewölke der schwarzen mütze wie ein blutrotes nordlicht hervorglühte als die truppe sich wieder entfernt hatte blieb ich noch lange auf demselben platze stehen und dachte darüber nach was dieser tanz bedeuten mochte war es ein südfranzösischer oder spanischer nationaltanz an dergleichen mahnte wohl der ungestüm womit die tänzerin ihr leibchen hin und her schleuderte und die wildheit womit sie manchmal ihr haupt zurückwarf in der friffelhaft kühnen weise jener bachantinnen die wir auf den reliefs der antiken vasen mit erstaunen betrachten ihr tanz hatte dann etwas trunken willenloses etwas finster unabwendbares etwas fatalistisches sie tanzte dann wie das schicksal oder waren es fragmente einer uralten verschollenen pantomime oder war es getanzte privatgeschichte manchmal beugte sich das mädchen zur erde wie mit lauerndem ohre als höre sie eine stimme die zu ihr heraufspräche sie zitterte dann wie espenlaub bog sich rasch nach einer anderen seite entlud sich dort ihrer tollsten ausgelassensten sprünge beugte dann wieder das uhr zur erde horchte noch ängstlicher als zuvor nickte mit dem kopfe ward rot ward blass schauderte blieb eine weile kerzengerade stehen wie erstarrt und machte endlich eine bewegung wie jemand der sich die hände wäscht war es blut das sie so sorgfältig lange so grauenhaft sorgfältig von ihren händen abwusch sie warf dabei seitwärts einen blick der so bittend so flehend so seelenschmelzend und dieser blick fiel zufällig auf mich die ganze folgende nacht dachte ich an diesen blick an diesen tanz an das abenteuerliche akkompagnement und als ich des anderen tages wie gewöhnlich durch die straßen von london schlenderte empfand ich den sehnlichsten wunsch der hübschen tänzerin wieder zu begegnen und ich spitzte immer die ohren ob ich nicht irgendeine trommel und triangelmusik hörte ich hatte endlich in london etwas gefunden wofür ich mich interessierte und ich wanderte nicht mehr zwecklos einher in seinen gähnenden straßen ich kam eben aus dem tower und hatte mir dort die axt womit anabolin geköpft worden genau betrachtet sowie auch die diamanten der englischen krone und die löwen als ich auf dem towerplatz inmitten eines großen menschenkreises wieder madame mutter mit der großen trommel erblickte und monsieur turlutu wie einen hahn krähen hörte der gelehrte hund scharrte wieder das heldentum des lord wellington zusammen der zwerg zeigte wieder seine unparierbaren terzen und quarten und mademoiselle laurence begann wieder ihren wunderbaren tanz es waren wieder dieselben rätselhaften bewegungen dieselbe sprache die etwas sagte was ich nicht verstand dasselbe ungestüme zurückwerfen des schönen kopfes dasselbe lauschen nach der erde die angst die sich durch immer tollere sprünge beschwichtigen will und wieder das horchen mit nach dem bodengeneigtem ohr das zittern das erblassen das erstarren dann auch das furchtbar geheimnisvolle händewaschen und endlich der bittende flehende seitenblick der diesmal noch länger auf mich verweilte ja die weiber die jungen mädchen ebenso gut wie die frauen merken es gleich sobald sie die aufmerksamkeit eines mannes erregen obgleich mademoiselle laurence wenn sie nicht tanzte immer regungslos vertrießlich vor sich hin sah und während sie tanzte manchmal nur einen einzigen blick auf das publikum warf so war von jetzt an doch nie mehr bloßer zufall daß dieser blick immer auf mich fiel und je öfter ich sie tanzen sah desto bedeutungsvoller strahlte er aber auch desto unbegreiflicher ich war wie verzaubert von diesem blicke und drei wochen lang von morgen bis abend trieb ich mich umher in den straßen von london überall verweilend wo mademoiselle laurence tanzte trotz des größten volksgeräusches konnte ich schon in der weitesten entfernung die töne der trommel und des triangels vernehmen und monsieur turlutu sobald er mich heraneilen sah erhub sein freundlichstes krähen ohne daß ich mit ihm noch mit mademoiselle laurence noch mit madame mutter noch mit dem gelehrten hund jemals ein wort sprach so schien ich doch am ende ganz zu ihrer gesellschaft zu gehören wenn monsieur turlutu geld einsammelte betrug er sich immer mit dem feinsten takt sobald er mir nahete und schaute immer nach einer entgegengesetzten seite wenn ich in sein dreieckiges hütchen ein kleines geldstück warf er besaß wirklich einen vornehmen anstand er erinnerte an die guten manieren der vergangenheit man konnte es dem kleinen manne anmerken daß er mit monarchien aufgewachsen und um so befremdlicher war es wenn er zuweilen ganz und gar seiner würde vergessend wie ein hahn krähte ich kann ihnen nicht beschreiben wie sehr ich vertrießlich wurde als ich einst drei tage lang vergebens die kleine gesellschaft in allen straßen londons gesucht und endlich wohl merkte daß sie die stadt verlassen habe die langeweile nahm mich wieder in ihre bleiernen arme und preßte mir wieder das herz zusammen ich konnte es endlich nicht länger aushalten sagte ein lebewohl dem mob den blackguards den gentlemen und den fashionables von england den vierstäben des reiches und reiste zurück nach dem zivilisiertesten festen land wo ich vor der weißen schürze des ersten koches dem ich dort begegnete anbetend niederkniete hier konnte ich wieder einmal wie ein vernünftiger mensch zum mittagessen und an der gemütlichkeit uneigennütziger gesichter meine seele erquicken aber mademoiselle laurence konnte ich nimmer mehr vergessen sie tanzte lange zeit in meinem gedächtnisse in einsamen stunden mußte ich noch oft nachdenken über die rätselhaften pantomimen des schönen kindes besonders über das lauschen mit nach der erde gebeugtem ohre es dauerte auch eine gute weile ehe die abenteuerlichen triangel und trommelmelodien in meiner erinnerung verhalten und das ist die ganze geschichte schrie auf einmal maria indem sie sich leidenschaftlich emporrichtete maximilian aber drückte sie wieder sanft nieder legte bedeutungsvoll den zeigefinger auf seinen mund und flüsterte still still nur kein wort gesprochen liegen sie wieder hübsch ruhig und ich werde ihnen den schwanz der geschichte erzählen nur bei leibe unterbrechen sie mich nicht indem er sich noch etwas gemächlicher in seinem sessel zurücklehnte fuhr maximilian folgendermaßen fort in seiner erzählung fünf jahre nach diesem begebnis kam ich zum ersten mal nach paris und zwar in einer sehr merkwürdigen periode die franzosen hatten soeben ihre juliusrevolution aufgeführt und die ganze welt applaudierte dieses stück war nicht so grässlich wie die früheren tragödien der republik und des kaiserreichs nur einige tausend gleichen blieben auf dem schauplatz auch waren die politischen romantiker nicht sehr zufrieden und kündigten ein neues stück an worin mehr blut fließen würde und wo der henker mehr zu tun bekäme paris ergötzte mich sehr durch die heiterkeit die sich in allen erscheinungen dort kund gibt und auch auf ganz verdüsterte gemüter ihren einfluss ausübt sonderbar paris ist der schauplatz wo die größten tragödien der weltgeschichte aufgeführt werden tragödien bei deren erinnerung sogar in den entferntesten ländern die herzen zittern und die augen nass werden aber dem zuschauer dieser großen tragödien ergeht es hier in paris wie es mir einst an der porte saint martin erging als ich die tour de nesle aufführen sah ich kam nämlich hinter einer dame zu sitzen die einen hut von rosa roter gaze trug und dieser hut war so breit daß er mir die ganze aussicht auf die bühne versperrte daß ich alles was dort tragiert wurde nur durch die rote gaze dieses hutes sah und daß mir also alle greuel der tour de nesle im heitersten rosenlicht erschienen ja es gibt in paris ein solches rosenlicht welches alle tragödien für den nahen zuschauer erheitert damit ihm dort der lebensgenuß nicht verleidet wird sogar die schrecknisse die man im eigenen herzen mitgebracht hat nach paris verlieren dort ihre beängstigende schauer die schmerzen waren sonderbar gesänftigt in dieser luft von paris heilen alle wunden viel schneller als irgend anderswo es ist in der luft so etwas großmütiges so mildreiches so liebenswürdiges wie im volke selbst was mir am besten an diesem pariser volke gefiel das war sein höfliches wesen und sein vornehmes ansehen süßer ananas duft der höflichkeit wie wohltätig erquickest du meine kranke seele die in deutschland so viel tabaksqualm sauerkrautgeruch und grobheit eingeschluckt wie rossinische melodien erklangen in meinem ohr die artigen entschuldigungsreden eines franzosen der am tage meiner ankunft mich auf der straße nur leise angestoßen hatte ich erschrak fast vor solcher süßen höflichkeit ich der ich an deutsch flegelhafte rippen stöße ohne entschuldigung gewöhnt war während der ersten wochen meines aufenthalts in paris suchte ich vorsätzlich einige male gestoßen zu werden bloß um mich an dieser musik der entschuldigungsreden zu erfreuen aber nicht bloß wegen dieser höflichkeit sondern auch schon seiner sprache wegen hatte für mich das französische volk einen gewissen anstrich von vornehmheit denn wie sie wissen bei uns im norden gehört die französische sprache zu den attributen des hohen adels mit französisch sprechen hatte ich von kindheit an die idee der vornehmheit verbunden und so eine pariser dame de la all sprach besser französisch als eine deutsche stiftsdame von 64 ahnen wegen dieser sprache die ihm ein vornehmes ansehen verleiht hatte das französische volk in meinen augen etwas allerliebst fabelhaftes dieses entsprang aus einer anderen reminiscenz meiner kindheit das erste buch nämlich worin ich französisch lesen lernte waren die fabeln von lafontaine die naiv vernünftigen redensarten derselben hatten sich in meinem gedächtnis am unauslöschlichsten eingeprägt und als ich nun nach paris kam und überall französisch sprechen hörte erinnerte ich mich beständig der lafontaine'schen fabeln ich glaubte immer die wohlbekannten tierstimmen zu hören jetzt sprach der löwe dann wieder sprach der wolf dann das lamm oder der storch oder die taube nicht selten vermeinte ich auch den fuchs zu vernehmen und in meiner erinnerung erwachten manchmal die worte eh bonjour monsieur le corbeau que vous êtes jolie que vous me semble beau solche fabelhaften reminiscenzen erwachten aber in meiner seele noch viel öfter wenn ich zu paris in jene höhere region geriet welche man die welt nennt dieses war ja eben jene welt die dem seligen lafontaine die typen seiner tiercharaktere geliefert hatte die wintersaison begann bald nach meiner ankunft in paris und ich nahm teil an dem salon leben worin sich jene welt mehr oder minder lustig herumtreibt als das interessanteste dieser welt frappierte mich nicht sowohl die gleichheit der feinen sitten die dort herrschte sondern vielmehr die verschiedenheit ihrer bestandteile manchmal wenn ich mir in einem großen salon die menschen betrachtete die sich dort friedlich versammelt glaubte ich mich in jenen raritätenboutiquen zu befinden wo die reliquien aller zeiten kunterbunt nebeneinander ruhen ein griechischer apollo neben einer chinesischen pagode ein mexikanischer fitzli putzli neben einem gotischen ecke homo ägyptische götter mit hundköpfchen heilige fratzen von holz von elfenbein von metall und so weiter da sah ich alte musketeers die einst mit maria antoinette getanzt republikaner von der gelinden observanz die in der assemblée nationale vergöttert wurden montagnards ohne barmherzigkeit und ohne flecken ehemalige direktorialmänner die im luxemburg gethront großwürdenträger des empires vor denen ganz europa gezittert herrschende jesuiten der restauration kurz lauter abgefärbte verstümmelte gottheiten aus alten zeiten und woran niemand mehr glaubt die namen heulen wenn sie sich berühren aber die menschen sieht man friedsam und freundlich nebeneinander stehen wie die antiquitäten in den erwähnten boutiquen des in germanischen landen wo die leidenschaften weniger disziplinierbar sind wäre ein gesellschaftliches zusammenleben so heterogener personen etwas ganz unmögliches auch ist bei uns im kalten norden das bedürfnis des sprechens nicht so stark wie im wärmeren frankreich wo die größten feinde wenn sie sich in einem salon begegnen nicht lange ein finsteres stillschweigen beobachten können auch ist in frankreich die gefallsucht so groß dass man eifrig dahin strebt nicht bloß den freunden sondern auch den feinden zu gefallen da ist ein beständiges trappieren und minodieren und die weiber haben ihre liebe mühe die männer in der koketterie zu übertreffen aber es gelingt ihnen dennoch ich will mit dieser bemerkung nichts böses gemeint haben beileibe nichts böses in betreff der französischen frauen und am allerwenigsten in betreff der pariserinnen bin ich doch der größte verehrer derselben und ich verehre sie ihrer fehler wegen noch weit mehr als wegen ihrer tugenden ich kenne nichts treffenderes als die legende daß die pariserinnen mit allen möglichen fehlern zur welt kommen daß aber eine holde fee sich ihrer erbarmt und jedem ihrer fehler einen zauber verleiht wodurch er sogar als neuer liebreiz wirkt diese holde fee ist die grazie sind die pariserinnen schön wer kann das wissen wer kann alle intrigen der toilette durchschauen wer kann entziffern ob das echt ist was der tüll verrät oder ob das falsch ist was das bauschige seidenzeug vorprallt und ist es dem auge gelungen durch die schale zu dringen und sind wir eben im begriff den kern zu erforschen dann hüllt er sich gleich in eine neue schale und nachher wieder in eine neue und durch diesen unaufhörlichen modewechsel spotten sie des männlichen scharfblicks sind ihre gesichter schön auch dieses wäre schwierig zu ermitteln denn alle ihre gesichtszüge sind in beständiger bewegung jede pariserin hat tausend gesichter eins lachender geistreicher holdseliger als das andere und setzt denjenigen in verlegenheit der darunter das schönste gesicht auswählen oder gar das wahre gesicht erraten will sind ihre augen groß was weiß ich wir untersuchen nicht lange das kaliber der kanonen wenn ihre kugel uns den kopf entführt und wen sie nicht treffen diese augen den blenden sie wenigstens durch ihr feuer und er ist froh genug sich in sicherer schußweite zu halten ist der raum zwischen mund und nase bei ihnen breit oder schmal manchmal ist er breit wenn sie die nase rümpfen manchmal ist er schmal wenn ihre oberlippe sich übermütig bäumt ist ihr mund groß oder klein wer kann wissen wo der mund aufhört und das lächeln beginnt damit ein richtiges urteil gefällt werde muss der beurteilende und der gegenstand der beurteilung sich im zustande der ruhe befinden und wer kann ruhig bei einer pariserin sein und welche pariserin ist jemals ruhig es gibt leute welche glauben sie könnten den schmetterling ganz genau betrachten wenn sie ihn mit einer nadel aufs papier festgestochen haben das ist ebenso töricht wie grausam der angeheftete ruhige schmetterling ist kein schmetterling mehr den schmetterling muß man betrachten wenn er um die blumen gaukelt und die pariserin muß man betrachten nicht in ihrer häuslichkeit wo sie mit der nadel in der brust befestigt ist sondern im salon bei soireen und bällen wenn sie mit den gestickten garze und seideflügeln dahinflattert unter den glitzernden kristallkronen der freude dann offenbart sich bei ihnen eine hastige lebenssucht eine begierde nach süßer betäubung ein lechzen nach trunkenheit wodurch sie fast grauenhaft verschönert werden und einen reiz gewinnen der unsere seele zugleich entzückt und erschüttert dieser durst das leben zu genießen als wenn in der nächsten stunde der tod sich schon abriefe von der sprudelnden quelle des genusses oder als wenn die quelle in der nächsten stunde schon versiegen würde dieser hast diese wut dieser wahnsinn der pariserinnen wie er sich besonders auf bällen zeigt mahnt mich immer an die sage von den toten tänzerinnen die man bei uns die willis nennt diese sind nämlich junge bräute die vor dem hochzeitstage gestorben sind aber die unbefriedigte tanzlust so gewaltig im herzen bewahrt haben daß sie nächtlich aus ihren gräbern hervorsteigen sich scharenweise an den landstraßen versammeln und sich dort während der mitternachtsstunde den wildesten tänzen überlassen geschmückt mit ihren hochzeitskleidern blumenkränzen auf den häuptern funkelnde ringe an den bleichen händen schauerlich lachend und unwiderstehlich schön tanzen die willis im mondschein und sie tanzen immer umso tobsüchtiger und ungestümer je mehr sie fühlen daß die vergönnte tanzstunde zu ende rinnt und sie wieder hinabsteigen müssen in die eiskälte des grabes es war auf einer soirée in der chaussée d'antines wo mir diese betrachtung recht tief die seele bewegte es war eine glänzende soirée und nichts fehlte an den herkömmlichen ingredienzien des gesellschaftlichen vergnügens genug licht um beleuchtet zu werden genug spiegel um sich betrachten zu können genug menschen um sich heiß zu drängen genug zuckerwasser und eis um sich abzukühlen man begann mit musik franz list hatte sich ans pianoforte drängen lassen strich seine haare aufwärts über die geniale stirne und lieferte einer seiner brillantesten schlachten die tasten schienen zu bluten wenn ich nicht irre spielte er eine passage aus den palingenesien von balanche dessen idee er in musik übersetzte was sehr nützlich für diejenigen welche das werk dieses berühmten schriftstellers nicht im originale lesen können nachher spielte er den gang nach der hinrichtung la marche au supplice von berlioz das treffliche stück welches dieser junge musiker wenn ich nicht irre am morgen seines hochzeitstages komponiert hat im ganzen saale erblassende gesichter wogende busen leises atmen während der pausen endlich tobender beifall die weiber sind immer wie berauscht wenn list ihnen etwas vorspielt mit tollerer freude überließen sie sich jetzt dem tanz die willis der salons und ich hatte mühe mich aus dem getümmel in ein nebenzimmer zu retten hier wurde gespielt und auf großen sesseln ruheten einige damen die den spielenden zuschauten oder sich wenigstens das ansehen gaben als interessierten sie sich für das spiel als ich einer dieser damen vorbeistreifte und ihre robe meinen arm berührte fühlte ich von der hand bis hinauf zur schulter ein leises zucken wie von einem sehr schwachen elektrischen schlage ein solcher schlag durchfuhr aber mit der größten stärke mein ganzes herz als ich das antlitz der dame betrachtete ist sie es oder ist sie es nicht es war dasselbe gesicht das an form und sonniger farbung einer antike glich nur war es nicht mehr so marmorein und marmorglatt wie ehemals dem geschärften blick waren auf stirn und wange einige kleine brüche vielleicht pockennarben bemerkbar die hier ganz an jene feinen witterungsflecken mahnten wie man sie auf dem gesichte von statuen die einige zeit dem regen ausgesetzt standen zu finden pflegt es waren auch dieselben schwarzen haare die in glatten ovalen wie rabenflügel die schläfen bedeckten als aber ihr auge dem meinigen begegnete und zwar mit jenem wohlbekannten seitenblick dessen rascher blitz mir immer so rätselhaft durch die seele schoß da zweifelte ich nicht länger es war mademoiselle laurence vornehm hingestreckt in ihrem sessel in der einen hand einen blumenstrauß mit der anderen gestützt auf der armlehne saß mademoiselle laurence unfern eines spieltisches und schien dort dem wurf der karten ihre ganze aufmerksamkeit zu widmen vornehm und zierlich war ihr anzug aber dennoch ganz einfach von weißem atlas außer armbändern und brustnadeln von perlen trug sie keinen schmuck eine fülle von spitzen bedeckte den jugendlichen busen bedeckte ihn fast puritanisch bis am halse und in dieser einfachheit und sucht der bekleidung bildete sie einen rührend lieblichen kontrast mit einigen älteren damen die bunt geputzt und diamanten blitzend neben ihr saßen und die ruinen ihrer ehemaligen herrlichkeit die stelle wo einst troja stand melancholisch nackt zur schau trugen sie sah noch immer wunderschön und entzückend verdrießlich aus und es zog mich unwiderstehbar zu ihr hin und endlich stand ich hinter ihrem sessel brennend vor begier mit ihr zu sprechen jedoch zurückgehalten von zagender delikatesse ich mochte wohl schon einige zeit schweigend hinter ihr gestanden haben als sie plötzlich aus ihrem bukett eine blume zog und ohne sich nach mir umzusehen über ihre schulter hinweg mir diese blume hinreichte sonderbar war der duft dieser blume und er übte auf mich eine eigentümliche verzauberung ich fühlte mich entrückt aller gesellschaftlichen förmlichkeit und mir war wie in einem traume wo man allerlei tut und spricht worüber man sich selber wundert und wo unsere worte einen gar kindisch traulichen und einfachen charakter tragen ruhig gleichgültig nachlässig wie man es bei alten freunden zu tun pflegt beugte ich mich über die lehne des sessels und flüsterte der jungen dame ins ohr mademoiselle laurence wo ist denn die mutter mit der trommel sie ist tot antwortete sie in demselben tone ebenso ruhig gleichgültig nachlässig nach einer kurzen pause beugte ich mich wieder über die lehne des sessels und flüsterte der jungen dame ins ohr mademoiselle laurence wo ist denn der gelehrte hund er ist fortgelaufen in die weite welt antwortete sie wieder in demselben ruhigen gleichgültigen nachlässigen tone und wieder nach einer kurzen pause beugte ich mich über die lehne des sessels und flüsterte der jungen dame ins ohr mademoiselle laurence wo ist denn monsieur turlutu der zwerg er ist bei den riesen auf dem boulevard du temple sagte sie sie hatte aber kaum diese worte gesprochen und zwar wieder in demselben ruhigen gleichgültigen nachlässigen tone als ein ernster alter mann von hoher militärischer gestalt zu ihr hintrat und ihr meldete daß ihr wagen vorgefahren sei langsam von ihrem sitze sich erhebend hing sie sich bei jenem an den arm und ohne auch nur einen blick auf mich zurückzuwerfen verließ sie mit ihm die gesellschaft als sich die dame des hauses die den ganzen abend am eingange des hauptsaales stand und den ankommenden und fortgehenden ihr lächeln präsentierte um den namen der jungen person befragte die soeben mit dem alten manne fortgegangen lachte sie mir heiter ins gesicht und rief mein gott wer kann alle menschen kennen ich kenne ihn ebenso wenig sie stockte denn sie wollte gewiß sagen ebenso wenig wie mich selber den sie ebenfalls an jenem abend zum ersten male gesehen vielleicht bemerkte ich ihr kann mir ihr herr gemahl einige auskunft geben wo finde ich ihn auf der jagd bei saint germain antwortete die dame mit noch stärkerem lachen er ist heute in der frühe abgereist und kehrt erst morgen abend zurück aber warten sie ich kenne jemanden der mit der dame wonach sie sich erkundigen viel gesprochen hat ich weiß nicht seinen namen aber sie können ihn leicht erfragen wenn sie sich nach dem jungen menschen erkundigen dem herr casimir perrier einen fußtritt gegeben hat ich weiß nicht wo so schwer es auch ist einen menschen daran zu erkennen daß er vom minister einen fußtritt erhalten so hatte ich doch meinen mann bald ausfindig gemacht und ich verlangte von ihm nähere aufklärung über das sonderbare geschöpf das mich so sehr interessierte und daß ich ihm deutlich genug zu bezeichnen wußte ja sagte der junge mensch ich kenne sie ganz genau ich habe auf mehreren soireen mit ihr gesprochen und er wiederholte mir eine menge nichtssagender dinge womit er sie unterhalten was ihm besonders aufgefallen war ihr ernsthafter blick jedes mal wenn er ihr eine artigkeit sagte auch wunderte er sich nicht wenig daß sie seine einladung zu einer contredance immer abgelehnt und zwar mit der versicherung sie für stünde nicht zu tanzen namen und verhältnisse kannte er nicht und niemand soviel ich mich auch erkundigte wußte mir hierüber etwas näheres mitzuteilen vergebens rann ich durch alle möglichen soireen nirgends konnte ich mademoiselle laurence wiederfinden und das ist die ganze geschichte rief maria indem sie sich langsam umdrehte und schläfrig gähnte das ist eine merkwürdige geschichte und sie haben weder mademoiselle laurence noch die mutter mit der trommel noch den zwerg türlütü und auch nicht den gelehrten hund jemals wiedergesehen bleiben sie ruhig liegen versetzte maximilian ich habe sie alle wieder gesehen sogar den gelehrten hund er befand sich freilich in einer sehr schlimmen not der arme schelm als ich ihm in paris begegnete es war im quartier latin ich kam eben der sorbonne vorbei und aus den pforten derselben stürzte ein hund und hinter ihm drein mit stöcken ein dutzend studenten zu denen sich bald zwei dutzend alte weiber gesellten die alle im chorus schrien der hund ist toll fast menschlich sah das unglückliche tier aus in seiner todesangst wie tränen floß das wasser aus seinen augen und als er keuchend an mir vorbeirann und sein feuchter blick an mich hinstreifte erkannte ich meinen alten freund den gelehrten hund den lobredner von lord wellington der einst das volk von england mit bewunderung erfüllt war er vielleicht wirklich toll war er vielleicht vor lauter gelehrsamkeit übergeschnappt als er im quartier latin seine studien fortsetzte oder hatte er vielleicht in der sorbonne durch leises scharren oder knurren seine missbilligung zu erkennen gegeben über die pausbäckigen charlatanerien irgendeines professors der sich seines ungünstigen zuhörers dadurch zu entledigen suchte daß er ihn für toll erklärte und ach die jugend untersucht nicht lange ob es verletzter gelehrten dünkel oder gar brotneid war welcher zuerst ausrief der hund ist toll und sie schlägt zu mit ihren gedankenlosen stöcken und auch die alten weiber sind dann bereit mit ihrem geheule und sie überschreien die stimme der unschuld und der vernunft mein armer freund mußte unterliegen vor meinen augen wurde er erbärmlich totgeschlagen verhöhnt und endlich auf einen misthaufen geworfen armer märtyrer der gelehrsamkeit nicht viel heiterer war der zustand des zwerges monsieur turlutu als ich ihn auf dem boulevard du temple wiederfand mademoiselle laurence hatte mir zwar gesagt er habe sich dorthin begeben aber sei es daß ich nicht daran dachte ihn im ernste dort zu suchen oder daß das menschengewühl mich dort daran verhinderte genug erst spät bemarkte ich die boutique wo die riesen zu sehen sind als ich hineintrat fand ich zwei lange schlingel die müßig auf der pritsche lagen und rasch aufsprangen und sich in riesenpositur vor mich hinstellten sie waren wahrhaftig nicht so groß wie sie auf ihrem aushängezettel prallten es waren zwei lange schlingel welche in rosa trikot gekleidet waren sehr schwarz vielleicht falsche backenbärte trugen und ausgehöhlte holzkeulen über ihre köpfe schwangen als ich sie nach dem zwerg befragte wovon ihr aushängezettel ebenfalls meldung tue erwiderten sie daß er seit vier wochen wegen einer zunehmenden unpässlichkeit nicht mehr gezeigt werde daß ich ihn aber dennoch sehen könne wenn ich das doppelte entree geld bezahlen wolle wie gerne bezahlt man um einen freund wiederzusehen das doppelte entree geld und ach es war ein freund den ich auf dem sterbebette fand dieses sterbebett war eigentlich eine kinderwiege und darin lag der arme zwerg mit seinem gelb verschrumpften greisengesicht ein etwa vierjähriges kleines mädchen saß neben ihm und bewegte mit dem fuße die wiege und sang in lachend schäkerndem tone schlaf türlütüchen schlafe als der kleine mich erblickte öffnete er so weit als möglich seine gläsern blassen augen und ein wehmütiges lächeln zuckte um seine weißen lippen er schien mich gleich wieder zu erkennen reichte mir sein vertrocknetes händchen und röchelte leise alter freund es war in der tat ein betrübsamer zustand worin ich den mann fand der schon im achten jahre mit ludwig dem sechzehnten eine lange unterredung gehalten den der zar alexander mit bonbons gefüttert den die prinzessin von küritz auf dem schoße getragen den der papst vergöttert und den napoleon nie geliebt hatte dieser letztere umstand bekümmerte den unglücklichen noch auf seinem totenbett oder wie gesagt in seiner toten wiege und er weinte über das tragische schicksal des großen kaisers der ihn nie geliebt der aber in einem so kläglichen zustande auf st helena geendet ganz wie ich jetzt endige setzte er hinzu einsam verkannt verlassen von allen königen und fürsten ein hohen bild ehemaliger herrlichkeit obgleich ich nicht recht begriff wie ein zwerg der unter riesen stirbt sich mit dem riesen der unter zwergen gestorben vergleichen konnte so rührten mich doch die worte des armen turlutu und gar sein verlassener zustand in der sterbestunde ich konnte nicht umhin meine verwunderung zu bezeugen daß mademoiselle laurence die jetzt so vornehm geworden sich nicht um ihn bekümmere kaum hatte ich aber diesen namen genannt so bekam der zwerg in der wiege die furchtbarsten krämpfe und mit seinen weißen lippen wimmerte er undankbares kind das ich auferzogen das ich zu meiner gattin erheben wollte die mich gelehrt wie man sich unter den großen dieser welt bewegen und gebärden muß wie man lächelt wie man sich bei hof verbeugt wie man präsentiert du hast meinen unterricht gut genutzt und bist jetzt eine große dame und hast eine kutsche und lakaien und viel geld und viel stolz und kein herz du läßt mich hier sterben einsam und elend sterben wie napoleon auf st helena o napoleon du hast mich nie geliebt was er hinzusetzte konnte ich nicht verstehen er hob sein haupt machte einige bewegungen mit der hand als ob er gegen jemanden fechte vielleicht gegen den tod aber der sense dieses gegners widersteht kein mensch weder ein napoleon noch ein türlütü hier hilft keine parade matt wie überwunden ließ der zwerg sein haupt wieder sinken sah mich lange an mit einem unbeschreibbar geisterhaften blick krähte plötzlich wie ein hahn und verschied dieser todesfall betrübte mich um so mehr da mir der verstorbene keine nähere auskunft über mademoiselle laurent gegeben hatte wo sollte ich sie jetzt wiederfinden ich war weder verliebt in sie noch fühlte ich sonstig große zuneigung zu ihr und doch stachelte mich eine geheimnisvolle begierde sie überall zu suchen wenn ich in irgendeinen salon getreten und die gesellschaft gemustert und das wohlbekannte gesicht nicht fand dann verlor ich bald alle ruhe und es trieb mich wieder von hinnen über dieses gefühl nachdenkend stand ich einst um mitternacht an einem entlegenen eingang der großen oper auf einen wagen wartend und sehr vertrießlich wartend da es eben stark regnete aber es kam kein wagen oder vielleicht es kamen nur wagen welche anderen leuten gehörten die sich vergnügt hineinsetzten und es wurde allmählich sehr einsam um mich her so müssen sie denn mit mir fahren sprach endlich eine dame die tief verhüllt in ihrer schwarzen mantille ebenfalls harrend einige zeit neben mir gestanden und jetzt dem begriffe war in einen wagen zu steigen die stimme zuckte mir durchs herz der wohlbekannte seitenblick übte wieder seinen zauber und ich war wieder wie im traume als ich mich neben mademoiselle laurence in einem weichen warmen wagen wiederfand wir sprachen kein wort hätten auch einander nicht verstehen können da der wagen mit dröhnendem geräusche durch die straßen von paris dahin rasselte sehr lange bis er endlich vor einem großen torweg stille hielt bediente in brillanter livret leuchteten uns die treppe hinauf und durch eine reihe von gemächer eine kammerfrau die mit schläfrigem gesichte uns entgegen kam stotterte unter vielen entschuldigungen das nur im roten zimmer eingeheizt sei indem sie der frau einen wink gab sich zu entfernen sprach laurence mit lachen der zufall führt sie heute weit nur in meinem schlafzimmer ist eingeheizt in diesem schlafzimmer worin wir uns bald allein befanden loderte ein sehr gutes kaminfeuer welches um so ersprießlicher da das zimmer ungeheuer groß und hoch war dieses große schlafzimmer dem vielmehr der name schlafsaal gebührte hatte auch etwas sonderbar ödes möbel und dekoration alles trug dort das gepräge einer zeit deren glanz uns jetzt so betäubt und deren erhabenheit uns jetzt so nüchtern erscheint daß ihre reliquien bei uns ein gewisses unbehagen wo nicht gar ein geheimes lächeln erregen ich spreche nämlich von der zeit des empire von der zeit der goldenen adler der hochfliegenden federbüsche der griechischen coiffuren der gloire der militärischen messen der offiziellen unsterblichkeit die der moniteur dekretierte des kontinentalkaffees welchen man aus zichurien verfertigte und des schlechten zuckers den man aus runkelrüben fabrizierte und der prinzen und herzöge die man aus gar nichts machte sie hatte aber immer ihren reiz diese zeit des pathetischen materialismus talma deklamierte groh malte die bigottini tanzte mori predigte rovigo hatte die polizei der kaiser las den ocean pauline borghais ließ sich modellieren als venus und zwar ganz nackt denn das zimmer war gut geheizt wie das schlafzimmer worin ich mich mit mademoiselle laurence befand wir saßen am kamin vertraulich schwatzend und seufzend erzählte sie mir daß sie verheuratet sei an einen bonapartistischen helden der sie alle abende vor dem zu bett gehen mit der schilderung einer seiner schlachten erquickte habe ihr vor einigen tagen ehe er abgereist die schlacht bei jena geliefert sei sehr kränklich und werde schwerlich den russischen feldzug überleben als ich sie frug wie lange ihr vater tot sei lachte sie und gestand daß sie nie einen vater gekannt habe und daß ihre so genannte mutter niemals verheuratet gewesen sei nicht verheuratet rief ich ich habe sie ja selbst zu london wegen dem tod ihres mannes in tiefer trauer gesehen oh erwiderte laurence sie hat während zwölf jahren sich immer schwarz gekleidet um bei den leuten mitleid zu erregen als unglückliche witwe nebenbei auch um irgendeinen heuratslustigen gimpel anzulocken und sie hoffte unter schwarzer flagge desto schneller in den hafen der ehe zu gelangen aber nur der tod erbarmte sich ihrer und sie starb an einem blutsturz ich habe sie nie geliebt denn sie hat mir immer viel schläge und wenig zu essen gegeben ich wäre verhungert wenn mir nicht manchmal monsieur turlutu ein stückchen brot insgeheim zusteckte aber der zwerg verlangte dafür daß ich ihn heirate und als seine hoffnungen scheiterten verband er sich mit meiner mutter ich sage mutter aus gewohnheit und beide quälten mich gemeinschaftlich da sagten sie immer ich sei ein überflüssiges geschöpf der gelehrte hund sei tausendmal mehr wert als ich mit meinem schlechten tanzen und sie lobten dann den hund auf meine kosten rühmten ihn bis in den himmel streichelten ihn fütterten ihn mit kuchen und warfen mir die krumen zu der hund sagten sie sei ihre beste stütze er entzücke das publikum das sich für mich nicht dem mindesten interessiere der hund müsse mich ernähren mit seiner arbeit ich fräße das gnadenbrot des hundes der verdammte hund oh verwünschen sie ihn nicht mehr unterbrach ich die zürnende er ist jetzt tot ich habe ihn sterben sehen ist die bestie verreckt rief florence indem sie aufsprang errötende freude im ganzen gesicht und auch der zwerg ist tot setzte ich hinzu monsieur turlutu rief florence ebenfalls mit freude aber diese freude schwand allmählich aus ihrem gesichte und mit einem milderen fast wehmütigen tone sprach sie endlich armer turlutu rief florence als ich ihr nicht verhehlte daß sich der zwerg in seiner sterbestunde sehr bitter über sie beklagt geriet sie in leidenschaftliche bewegung und versicherte mir unter vielen beteuerungen daß sie die absicht gehabt den zwerg aufs beste zu versorgen daß sie ihm ein jahresgehalt angeboten wenn er still und bescheiden irgendwo in der provinz leben wolle aber ehrgeizig wie er ist fuhr laurence fort verlangte er in paris zu bleiben und sogar in meinem hotel zu wohnen er könne alsdann meinte er durch meine vermittlung seine ehemaligen verbindungen im wieder anknüpfen und seine frühere glänzende stellung in der gesellschaft wieder einnehmen als ich ihm dies rund abschlug ließ er mir sagen ich sei ein verfluchtes gespenst ein vampir ein totenkind laurence hielt plötzlich inne schauderte heftig zusammen und seufzte endlich aus tiefster brust ach ich wollte sie hätten mich bei meiner mutter im grabe gelassen als ich in sie drang mir diese geheimnisvollen worte zu erklären ergoss sich ein strom von tränen aus ihren augen und zitternd und schluchzend gestand sie mir daß die schwarze trommelfrau die sich für ihre mutter ausgegeben ihr einst selbst erklärt habe das gerücht womit man sich über ihre geburt herumtrage sei kein bloßes märchen in der stadt nämlich wo wir wohnten fuhr laurence fort hieß man mich immer das totenkind die alten spinnweiber behaupteten ich sei eigentlich die tochter eines dortigen grafen der seine frau beständig mißhandelte und als sie starb sehr prachtvoll begraben ließ sie sei aber hochschwanger und nur scheintot gewesen und als einige kirchhofsdiebe um die reich geschmückte leiche zu bestehlen ihr grab öffneten hätten sie die gräfin ganz lebendig und in kindesnöten gefunden und als sie nach der entbindung gleich verschied hätten die diebe sie wieder ruhig ins grab gelegt und das kind mitgenommen und ihrer hehlerin der geliebten des großen bauchredners zur erziehung übergeben dieses arme kind das begraben gewesen noch ehe es geboren wurde nannte man nun überall das totenkind ach sie begreifen nicht wie viel kummer ich schon als kleines mädchen empfand wenn man mich mit diesem namen nannte als der große bauchredner noch lebte und nicht selten mit mir unzufrieden war rief er immer verwünschtes totenkind ich wollte ich hätte dich nie aus dem grabe geholt ein geschickter bauchredner wie er war konnte er seine stimme so modulieren daß man glauben mußte sie käme aus der erde hervor und er machte mir dann weiß das sei die stimme meiner verstorbenen mutter die mir ihre schicksale erzähle er konnte sie wohl kennen diese furchtbaren schicksale denn er war einst kammerdiener des grafen sein grausames vergnügen war es wenn ich armes kleines mädchen über die worte die aus der erde hervorzusteigen schienen das furchtbarste entsetzen empfand diese worte die aus der erde emporzusteigen schienen meldeten gar schreckliche geschichten geschichten die ich in ihrem zusammenhang nie begriff die ich auch später hin allmählich vergaß die mir aber wenn ich tanzte recht lebendig wieder in den sinn kamen ja wenn ich tanzte ergriff mich immer eine sonderbare erinnerung ich vergaß meiner selbst und kam mir vor als sei ich eine ganz andere person und als quälten mich alle qualen und geheimnisse dieser person und sobald ich aufhörte zu tanzen erlosch wieder alles in meinem gedächtnis während laurence dieses sprach langsam und wie fragend stand sie vor mir am kamine worin das feuer immer angenehmer loderte und ich saß in dem lehnsessel welcher wahrscheinlich der sitz ihres gatten wenn er des abends vor schlafengehen seine schlachten erzählte laurence sah mich an mit ihren großen augen als früge sie mich um rat sie wiegte ihren kopf so wehmütig sinnend sie flößte mir ein so edles süßes mitleid ein sie war so schlank so jung so schön diese lilie die aus dem grabe gewachsen diese tochter des todes dieses gespenst mit dem gesicht eines engels und dem leib einer bayadere ich weiß nicht wie es kam es war vielleicht die influenz des sessels worauf ich saß aber mir ward plötzlich zu sinne als sei ich der alte general der gestern auf dieser stelle die schlacht bei jener geschildert als müsse ich fortfahren in meiner erzählung und ich sprach nach der schlacht bei jener ergaben sich binnen wenigen wochen fast ohne schwertstreich alle preußischen festungen zuerst ergab sich magdeburg es war die stärkste festung und sie hatte dreihundert kanonen ist das nicht schmählich mademoiselle laurence ließ mich aber nicht weiterreden alle trübe stimmung war von ihrem schönen antlitz verflogen sie lachte wie ein kind und rief ja das ist schmählich mehr als schmählich wenn ich eine festung wäre und dreihundert kanonen hätte würde ich mich nimmermehr ergeben da nun mademoiselle laurence keine festung war und keine dreihundert kanonen hatte bei diesen worten hielt maximilian plötzlich ein in seiner erzählung und nach einer kurzen pause frug er leise schlafen sie maria ich schlafe antwortete maria desto besser sprach maximilian mit einem feinen lächeln ich brauche also nicht fürchten daß ich sie langweile wenn ich die möbel des zimmers worin ich mich befand wie heutige novellisten pflegen etwas ausführlich beschreibe vergessen sie nur das bett nicht teurer freund es war in der tat erwiderte maximilian ein sehr prachtvolles bett die füße wie bei allen betten des empires bestanden aus karyatiden und sphinxen und der himmel strahlte von reichlichen vergoldungen namentlich von goldenen adlern die sich wie turteltauben schnäbelten vielleicht ein sinnbild der liebe unter dem empire die vorhänge des bettes waren von roter seide und da die flammen des kamins sehr stark hindurch schienen so befand ich mich mit laurence in einer ganz feuerroten beleuchtung und ich kam mir vor wie der gott pluto der von höllengluten umlodert die schlafende proserpine in seinen armen hält sie schlief und ich betrachtete in diesem zustand ihr holdes gesicht und suchte in ihren zügen ein verständnis jener sympathie die meine seele für sie empfand was bedeutete dieses weib welcher sinn lauerte unter der symbolik dieser schönen formen aber ist es nicht torheit den innersten sinn einer fremden erscheinung ergründen zu wollen während wir nicht einmal das rätsel unserer eigenen seele zu lösen vermögen wissen wir doch nicht einmal genau ob die fremden erscheinungen wirklich existieren können wir doch manchmal die realität nicht von bloßen traumgesichten unterscheiden war es ein gebilde meiner fantasie oder war es entsetzliche wirklichkeit was ich in jener nacht hörte und sah ich weiß es nicht ich erinnere mich nur daß während die wildesten gedanken durch mein herz fluteten ein seltsames geräusch mir ans ohr drang es war eine verrückte melodie sonderbar leise sie kam mir ganz bekannt vor und endlich unterschied ich die töne eines triangels und einer trommel die musik schwirrend und summend schien aus weiter ferne zu erklingen und dennoch als ich aufblickte sah ich nahe vor mir mitten im zimmer ein wohlbekanntes schauspiel es war monsieur turlutu der zwerg welcher den triangle spielte und madame mutter welche die große trommel schlug während der gelehrte hund am boden herumscharte als suche er wieder seine hölzernen buchstaben zusammen der hund schien nur mühsam sich zu bewegen und sein fell war von blut befleckt madame mutter trug immer noch ihre schwarze trauerkleidung aber ihr bauch war nicht mehr so spaßhaft hervortretend sondern vielmehr widerwärtig herabhängend auch ihr gesicht war nicht mehr rot sondern blass der zwerg welcher noch immer die bordierte kleidung eines altfranzösischen marquis und ein gepudertes toupet trug schienen etwas gewachsen zu sein vielleicht weil er so grässlich abgemagert war er zeigte wieder seine fechterkünste und schien auch seine alten prahlereien wieder abzuhaspeln er sprach jedoch so leise daß ich kein wort verstand und nur an seiner lippenbewegung konnte ich manchmal merken daß er wieder wie ein hahn krähte während diese lächerlich grauenhaften zerr bilder wie ein schattenspiel mit unheimlicher hass sich vor meinen augen bewegten fühlte ich wie mademoiselle laurence immer unruhiger atmete ein kalter schauer durchfröstelte ihren ganzen leib und wie von unerträglichen schmerzen zuckten ihre holden glieder endlich aber geschmeidig wie ein aal glitt sie aus meinen armen stand plötzlich mitten im zimmer und begann zu tanzen während die mutter mit der trommel und der zwerg mit dem triangel ihre gedämpfte musik leise ertönen ließen sie tanzte ganz wie ehemals an der waterloo brücke und auf den carrefour von london es waren dieselben geheimnisvollen pantomimen dieselben ausdrücke der leidenschaftlichsten sprünge dasselbe bachantische zurückwerfen des hauptes manchmal auch dasselbe hinbeugen zu der erde als wolle sie horchen was man unten spräche dann auch das zittern das erbleichen das erstarren und wieder aufs neue das horchen mit nach dem bodengeneigtem ohr auch rieb sie wieder ihre hände als ob sie sich wüsche endlich schien sie auch wieder ihren tiefen schmerzlichen bittenden blick auf mich zu werfen aber nur in den zügen ihres totenblassen antlitzes erkannte ich diesen blick nicht in ihren augen denn diese waren geschlossen in immer leiseren klängen verhallte die musik die trommelmutter und der zwerg allmählich verbleichend und wie nebelzerquirlend verschwanden endlich ganz aber mademoiselle laurence stand noch immer und tanzte mit verschlossenen augen dieses tanzen mit verschlossenen augen im nächtlich stillen zimmer gab diesem holden wesen ein so gespenstisches aussehen das mir sehr unheimlich zumute wurde daß ich manchmal schauderte und ich war herzlich froh als sie ihren tanz beendigt hatte wahrhaftig der anblick dieser szene hatte für mich nichts angenehmes aber der mensch gewöhnt sich an alles und es ist sogar möglich daß das unheimliche diesem weiber einen noch besonderen reiz verlieh daß ich meinen empfindungen eine schauerliche zärtlichkeit beimischte genug nach einigen wochen wunderte ich mich nicht mehr im mindesten wenn des nachts die leisen klänge von trommel und triangel ertönten und meine teure laurence plötzlich aufstand und mit verschlossenen augen ein solo tanzte ihr gemahl der alte bonapartist kommandierte in der gegend von paris und seine dienstpflicht erlaubte ihm nicht die tage in der stadt zuzubringen wie sich von selbst versteht er wurde mein intimster freund und er weinte helle tropfen als er später hin für lange zeit von mir abschied nahm er reiste nämlich mit seiner gemahlin nach sizilien und beide habe ich seitdem nicht wiedergesehen als maximilian diese erzählung vollendet er faßte er rasch seinen hut und schlüpfte aus dem zimmer so